Dirty Minutes Left Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 226 von Dirty Minutes Left, liebe Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Organics bei Red Bull, Simply Cola. Ja genau, das ist eine Cola aus 100% natürlicher Herkunft, also Zutaten aus 100% natürlicher Herkunft, Bio-Label. Wir hatten schon mal diese Red Bull Cola und die haben sie glaube ich ein bisschen in der Rezeptur verändert. Die ist jetzt Regal Branded auch, also die heißt jetzt bei Organics bei Simply Red, nee warte, offiziell heißt sie Organics Simply Cola bei Red Bull. Genau, hatte 12,8 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein oder so. Und ich habe die tatsächlich letzte Woche schon mal getrunken und zwar wurde sie, als so schönes Wetter war und ich an der Alster saß, da am Jungfernstieg auf diesen Treppen, da kamen so Promoting People vorbei und haben die verteilt. Promoting People. Ja, waren nicht nur Mädels, sondern waren auch Typen, also Promoting People. Ja. Und da habe ich dich schon mal getrunken und habe dann mal gefragt, weil die gibt es ja schon länger, diese Red Bull Cola, habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied? Ob sie die Rezeptur geändert haben? Da haben sie gesagt, nein. Das Einzige, was sie geändert haben, ist, dass jetzt alle Zutaten tatsächlich biozertifiziert sind. Ob das tatsächlich stimmt oder ob die tatsächlich noch was anderes geändert haben, weiß ich nicht, aber das ist das, was sie mir gesagt haben. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie informiert die Promoting People waren, ob die einfach nur irgendwas erzählt haben, könnte natürlich auch sein. Das, ja, weiß man nicht. Auf jeden Fall finde ich, sie schmeckt ganz gut. Also für eine Cola ist sie ziemlich, für eine Bio-Cola, da hatten wir schon extrem schlechte Varianten. Genau und schmeckt halt deutlich anders als irgendwie so eine Coca-Cola oder eine Fritz-Cola, finde ich. Also die hatten so einen Ingwer-Nachgeschmack. Ist da Ingwer drin? Stimmt, ja, es ist auch Ingwer drin und es ist wahnsinnig viel anderes drin. Limette, Vanille, Süßholz, Zimt, Kokos, Cola-Nuss, Kakao-Orange, also Minze, Pinie, Muskatblüte, Nelke. Ich finde das ganz cool, dass sie das alles draufschreiben, was in so einer Cola eigentlich alles drin ist. Ich bilde mir ein, manche Dinge schmeckst du auch raus. Das kann sein. Also Ingwer zum Beispiel. Also Ingwer, ja. So ein bisschen noch Zitrone. Und Minze vielleicht auch. Und weiß ich nicht, wie so eine Pinie schmeckt, habe ich nicht reingebissen. Ja. Ich war letztens in Berlin, Arne. Wir haben uns schon länger nicht mehr unterhalten, ne? Berlin. Wir fahren nach Berlin. Genau. Das war ganz lustig. So alle paar Jahre ziehe ich mich mal nach Berlin. Dies Jahr war ich tatsächlich zweimal da, einmal zum Auswärtsspiel vom FC Lang Pauli. Da habe ich aber nicht viel von gesehen. Besonders letztes Jahr, glaube ich. Egal. Warum genau hast du von dem Spiel nicht viel gesehen? Vom Spiel habe ich alles gesehen, aber von Berlin nicht. Ach so. Weil ich halt nur beim Stadion war und dann wieder zurück. Da habe ich ja diese komische Auswärtsfahrt mit diesen, mit den Fanclubs gemacht. Das würde ich auch nicht einmal machen. Das war nicht so schön. Kann man nachhören in irgendeiner alten Folge, glaube ich. Auf jeden Fall war ich in Berlin und habe mir da ein paar Sachen anguckt. Unter anderem, also ich war im Motel One am Hauptbahnhof. Das ist jetzt vielleicht nicht die coolste Location der Hauptbahnhof, aber es ist halt gut zu erreichen, wenn man da hinkommt und dann erstmal sein Gepäck loswerden möchte und dann die Stadt erkunden. Man ist ja dann auch gleich im Regionsviertel. Also früher bin ich, als der Hauptbahnhof noch nicht der Hauptbahnhof war, sondern da hieß ja Lehrterbahnhof, glaube ich, ne? Was jetzt Hauptbahnhof ist? Ich kenne Berlin erst seit, dass der Hauptbahnhof ist. Okay. Auf jeden Fall. Bin ich früher halt immer zum Bahnhof Zoo gefahren und war da auch schon mal in einem Motel One. Und Motel Ones, die sind ja eigentlich ganz gute. Da weiß man, was man hat. Das sind meist relativ moderne Hotels. Sie sind sehr klein Zimmer, aber dadurch halt trotzdem immer gut gepflegt, jedenfalls meistens. Und deswegen habe ich halt, und halt auch relativ günstig, also irgendwie für 70 Euro die Nacht. Und wenn du irgendwo hinfährst und tatsächlich jetzt nicht die Tage in den Hotelzimmern verbringen möchtest, sondern tatsächlich nur so zum Schlafen und Frühstücken dahin gehst, dann ist halt, finde ich, immer so ein Motel One eine ausreichend gute, gute, gute Location. Ja, völlig. Ja, da waren wir halt dann im Hauptbahnhof und sind dann so ein bisschen durchs Regierungsviertel gelarcht, am Tiergarten vorbei, Brandenburger Tor und zum Checkpoint Charlie. Und in der Nähe vom Checkpoint Charlie, das ist ja der ehemalige Übergang vom amerikanischen in den sowjetischen Bereich des geteilten Berlins, da ist ein Currywurstmuseum. Das ist ein kleines Museum und ich hatte ja mal angefangen, mir so kleine Museen anzugucken. Das Museum lohnt sich nicht, würde ich sagen. Also das ist für knapp 10 Euro. Da gab es keinen Currywurstdrink. Da gab es eine kleine Currywurstprobe, so eine halbe Currywurst in einem kleinen Pappbecher zum Essen. Das war ganz nett. Dann gab es ein bisschen die Geschichte der Currywurst dort. Fälschlicherweise haben sie erzählt, dass die Currywurst in Berlin erfunden wurde. Dabei wissen wir alle, dass sie in Hamburg erfunden wurde. Selbstverständlich. Ja, genau. Also dieses Museum weiß ich nicht, ob sie das wirklich lohnt. Das Lustige war, die hatten da so einen Imbisswagen aufgebaut, wo dann so Plastikkurrywurst und Plastikpommes drin waren, sodass du selber so Fotos machen konntest, dass du ein Imbissbudenbetreiber bist. Das war ganz lustig. Du, ich würde vermuten, bei den meisten Imbissen kannst du auch einfach so hingehen und fragen, ob du dich mal dahinter stellen kannst für ein Foto. Wenn du denen 5 Euro trinkt, gibst, macht er das. Wenn es nicht so voll ist, wahrscheinlich, ja. Ich glaube nämlich, dass diese Imbissleute alle nicht so wahnsinnig gut verdienen. Das weiß ich gar nicht. Kommt auf die Location vom Imbiss, glaube ich, an. Also wenn du eine gute Location hast, wo viele Leute sind, dann kannst du da sicherlich gut verdienen. Wenn irgendwie eine Großbaustelle ist und du hast da neben deinen Imbisswagen, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn die ganzen Bauarbeiter oder wer auch immer da ist, dann Currywurst sind da ja bei dir essen. Na gut. Dann bin ich hier zum Ostbahnhof gefahren und in der Nähe vom Ostbahnhof, da ist die Eastside Gallery. Das ist sehr interessant. Das ist ein Stück der Berliner Mauer, ist da, keine Ahnung, knapp zwei Kilometer lang oder so. Wo Graffiti drauf sind. Da haben Künstler Bilder drauf gemacht auf diese Mauer. Und natürlich, also nach dem Mauerfall war das. Und das ist ganz cool, ganz interessant. Also wie sie quasi den Konflikt und, ja, den Konflikt zwischen Ost und West und so und diese Öffnung der Mauer erlebt haben. Das sieht man da. 1,3 Kilometer ist das Mauerstück lang. Okay. Und Künstler aus 21 verschiedenen Ländern. Also das ist so eine Open-Air-Kunstgalerie quasi. Muss natürlich auch nichts bezahlen, weil es halt einfach an der Straße steht. Ja. Und das ist ganz interessant. Da kann man mal lang gehen. Das heißt, es hat auch keine Security und demnächst sind es Künstler aus 4.000 Ländern. Ja, die passen schon ein bisschen auf, glaube ich, dass da nicht zu viel Graffiti drauf kommt. Also an ein paar Stellen ist Graffiti oder haben Leute dann mit Edding noch was dazugeschrieben oder sowas. Aber die meisten Bilder, da sind schon so, wie sie sein sollten. Wir wurden auch schon ein, zwei Mal wieder restauriert von den Originalkünstlern. Jedenfalls war das da so zu sehen. Also haben die Leute, die Künstler dann da mit reingeschrieben. Wie gemalt 1991, restauriert 95 und 2010 oder so, was steht da mit drauf? Okay. Die Zahlen haben wir jetzt ausgedacht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Und wenn man dann da war, dann ist unweit von der Easthead Gallery ist ein richtig cooles Museum. Nämlich? Das Computerspiele-Museum. Oh, da bin ich echt neidisch. Das kostet 9 Euro Eintritt. Ähm, und man hat da, ja, quasi die komplette Historie von Computerspielen sieht man dort. Also von den Anfängen, so mit Pong und mit relativ einfachen Computern über die ganzen Heimkonsolen, die auch bei mir hier hinter, in meinem Regal drinstehen, aus den 80ern bis aktuell PS4. Ist auch dort im Museum. Dann stehen da ein, zwei oder fünf, zehn Arcade-Maschinen rum, die man auch tatsächlich benutzen kann. Also du kannst da Pac-Man spielen auf der Arcade oder, ähm, ja, auch andere Spiele. Das ist ganz lustig. So eine Tanzmatte mit ein paar Spielen ist da. Ähm, alte, äh, C64 und diese ganzen Heimcomputer. Ähm, Ära haben sie auch nachgebaut. Da haben sie so einen kleinen, so einen kleinen Dachboden gebaut, wo so ein, so ein, also ein altes Jugendzimmer drin ist, wo so ein Computer, so ein alter C64 und sowas rumsteht. Das ist ganz cool. Ja, ich bedauere ein bisschen, dass ich nicht 15 Jahre früher geboren wurde, um diese Zeit mitzuerleben. Das ist, äh, ein bisschen schade, aber es ist schon okay so. Eine alte Vectrex steht da rum. Oh, nice. Äh, eine Vectrex hatte ich ja früher auch mal, als Kind. Die habe ich irgendjemandem, ähm, also meine Eltern hatten früher so, ähm, Ferienhäuser. Und irgendeinem, ähm, habe ich da die, diese Vectrex abgekauft. Und am anderen habe ich diese Vectrex dann auch wieder verkauft. Und zwar für 20 Mark damals. Wow. War bestimmt viel Geld damals. War für mich als Kind damals viel Geld. Ähm, die Vectrex war sicherlich mehr wert. Und ich bin echt traurig, dass ich sie nicht mehr habe. Äh, das war nicht mehr echt ein schönes Ding. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, wenn man mal da ist und sich so ein bisschen für Computerspiele und die Historie interessiert, kann man da mal hin. Ähm. Wie sind da, wie sind denn, abgesehen von den Exponaten, wie sind denn da die Erklärungen zu diesen? Ähm, relativ viel Schriftliches. Ähm, ein paar Videos kann man sich angucken. Ja. Hast du was gelesen, geguckt, irgendwas? Ein bisschen was, aber jetzt nicht so großartig viel. Ich bin da so durchgetikert, hab hier ein bisschen gedaddelt, da ein bisschen gedaddelt, ein paar Sachen durchgelesen. Ähm, aber jetzt, ich gehe nichts an, woran ich mich jetzt explizit erinnere. Ähm, aber, ja. Ja. Ich finde, ich kenne ja auch viel von der, von der Computerspiel-Historie. Also ich habe da jetzt wenig Neues gelernt, aber ich fand's, Museum haben sie, haben sie ganz schön gemacht. Ähm, ich überlege ja auch immer mal, schon seit, schon seit mehreren Jahren, ob ich nicht auch mal ein Computerspiel-Museum öffnen sollte hier in Hamburg. Ähm, aber der Hauptgrund ist, dass ich dann endlich meine Computerspiele, ähm, also meine Konsolen aus meiner Wohnung raus befördern kann, irgendwo hinpacken kann, dort alle anschließen kann und dann einen Ort habe, wo die in Ruhe stehen und benutzt werden. Ja. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich meine, du hast ja auch viele. Ja, aber dafür fehlt mir halt der passende Ort. Ja. Und dann hätte ich einen Grund, noch mehr zu kaufen. In der Tat, in der Tat. Ich bin jetzt auch gerade überrascht worden, ich habe eine Kollegin, die ist, äh, eine von den Nörgsten bei uns, ähm, und die ist über 60 schon und, äh, die hat neulich ihren Dachboden ausgemistet. Die meinte zu mir, ja Mensch, meine Wohnung, der muss sich jetzt den Dachboden räumen, weil die ausgebaut werden soll, die wohnen halt irgendwo in Hamburg, da passiert sowas ständig. Und da habe ich halt meinen voll funktionsfähigen C64 noch stehen und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ja, damit. Ich kann mich nicht entscheiden, den wegzuschmeißen. Nein, nicht wegschmeißen, das kann wirklich sein, hier, bring den einfach mal mit, so. Ähm, ja, also ich habe geringe Hoffnung, dass ich den komplett abquatschen kann, aber, ähm, wenn nicht, dann steht er halt bei uns in der Firma rum. Ich habe noch nie einen C64 tatsächlich im wirklichen Leben gesehen, also funktionsfähig schon mal gar nicht. Cool. Also ich, ich schon tatsächlich auch, ähm, so zu meiner Schulzeit. Ich habe selber keinen gehabt, aber Freunde hatten welche. Mhm. Sehr cool. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und dann war ich noch auf dem, äh, Tempelhofer Feld. Das ist der Ex-Flughafen? Ähm, das ist der ehemalige Flughafen, genau. Das ist irgendwie sehr, sehr bizarr, wenn man das auf einem Flughafen rumläuft. Also da waren auch relativ viele Leute, die haben da gegrillt und die haben so eine, so eine, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Sportart. Da fährst du, surfst du, machst du quasi Windsurfen auf dem Land mit dem Skateboard oder so. Keine Ahnung. Wakeboarding? Wakeboarding ist auf dem Wasser, ne? Ist auf dem Wasser, ja. Nee, es war auf dem Land. Also ich, ich glaube, mit so einer Art Skateboard und mit einem Segel drauf oder Longboard. Ähm, sah auf jeden Fall sehr cool aus. Waterboarding in Guantanamo. Nee, nee. Ähm, auf jeden Fall, ja, das Tempelhofer Feld war auch ganz cool, fand ich. Da sind viele Leute auch rumgefahren mit Fahrrädern, Inline-Skates und so. Mhm. Ähm, ich bin halt nur so ein bisschen da, da rumgelatscht. Ähm, fand ich sehr cool. Ähm, ja, ich habe das Ganze so, also die, die Museen habe ich so ein bisschen in meinem Blog nochmal zusammengefasst. Ähm, ja. Ja, alle, alle lesen, alle, alle, was kann man auf deinem Blog machen? Kommentieren, liken? Kommentieren, teilen, ähm, ja, das war's. Und man kann ja jetzt auch mit HTTPS surfen, weil ich habe jetzt endlich mal, ähm, ein Zertifikat gekauft. Äh, äh, ja, umsonst bei Let's Encrypt geklickt. Sehr gut. Ähm, aber endlich mal gemacht, ne? Mhm. 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 Sehr gut. Das fehlt mir noch. Ähm, ja, ich habe, äh, natürlich dieses Jahr auch ein bisschen was erlebt und wir, weil wir uns so lange nicht gesprochen haben, ich war irgendwann mal im Hansapark, das ist schon echt lange her jetzt, äh, vor drei Jahren oder so. War ich eigentlich nie. Der hat, ähm, nämlich kürzlich wieder aufgemacht. Ich glaube, der hat vor, ja, vor vier Wochen oder so wieder aufgemacht. Irgendwann im April. Und jetzt ist er wieder da. Ich muss mal kurz sagen, was es ist. Das ist so ein Freizeitpark, so wie das Heidepark, Europapark. Genau. Das ist einer von den, von den zwei größeren Freizeitparks hier in Norddeutschland. Ähm, es gibt noch den Heidepark in der Nähe von Hamburg und eben den Hansapark. Der ist ein Stück nördlich, eben am, an der Ostsee. Und, ähm, die haben natürlich ihr eigenes, ihre eigene Lore und ihre eigenen Figuren und so und nichts, nichts, was man kennt. Das war eine Zeit lang mal ein Legoland, aber nur sehr kurz. Ich glaube von 77 bis 80 oder so. Ähm, und seitdem nennt sich sich eben Hansapark. Und das ist im Grunde ein Freizeitpark, ne? Die machen halt irgendwie so Wikinger-Zeug, ähm, so norddeutschen Kram im Grunde vor allem. Ähm, Achterbahnen. Ja, 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 genau. Also die, die Achterbahnen haben halt so ein Wikinger-Thema. Und, äh, die, die ganze Fluggeschäfte auch und so. Achterbahnen sind halt überhaupt nichts für mich. Da gibt's ein paar echt gruselige Sachen. Ähm. Ach, ich liebe Achterbahnen. Ja, dann komm einfach mal mit. Wir haben eine Freikarte, also eine, eine Jahreskarte dafür. Haben wir uns letzten Herbst geschossen. Ähm, die gibt's auch jetzt noch für relativ wenig Geld, aber es lohnt sich natürlich nur, wenn du da, weiß ich nicht, dreimal bist oder so. Mhm. Ähm, ja, und es, äh, es macht Spaß. Ich bin halt, also wir sind da halt zu viert, ne? Also ich, Angela und unsere zwei Mädels. Und die Mädels machen halt noch nicht so viel. Es gibt da so ein, so ein Kiddie-Paradies, wo die dann drin sitzen. Und da sitze ich daneben und, äh, trinke Kaffee und freue mich, dass ich, dass ich, äh, Ruhe hab. Und, ähm, Angela fährt Achterbahn jetzt. Neulich, als ich da war, da war halt so ein, als wir da waren, da war so ein super verregneter Tag. Und da waren halt die Achterbahnen hatten irgendwie Anstehzeiten von unter fünf Minuten. Normalerweise stehst du da eine Stunde pro Achterbahn. Ja. Und, äh, da ist Angela da einfach alles gefahren, was sie, was es so gab und hat sich tierisch gefreut. Und wir waren nur vier Stunden da, weil die Jahreskarte lohnt halt auch mal wenig da zu sein. Und das war echt cool. Ja, wie gesagt, ich war noch nie da. Ich war vor, vor Jahren mal im Heide-Park. Und ich will da immer mal wieder hin, aber ich schaff's einfach nie da. In den Heide-Park? Ich hab halt auch kein Auto und da kommt man halt so schlecht hin. Können wir irgendwann mal hinfallen, ist kein Problem. Ja. Ähm, und dann hab ich noch, das ist auch immer im April, ich glaube das letzte April-Wochenende ungefähr ist das immer, das Spring- und Dressur-Derby. Da ist immer was mit Pferden, oder? Genau, da kann man Pferden zugucken, wie sie durch die Gegend springen. Also, man kann auch Pferden zugucken, wie sie durch die Gegend trippeln. Das wäre dann Dressur. Aber ich guck lieber Spring-Derby. Und da gibt's immer am Freitag einen Tag, wo man als Student kostenlos reinkommt. Und das bin ich zwar schon lange nicht mehr, aber es hat sich irgendwie eingebürgert, dass wir da am Freitag hingehen. Und dann waren wir da halt an diesem Freitag. Ähm, ich hab's Datum vergessen, das ist jetzt anderthalb Wochen her. Und haben da Pferde zugucken, Pferden beim Springen zugucken. Umhüpfen zugucken. Genau, und da gibt's halt so einen Wall, der geht, weiß ich nicht wie weit in die Tiefe, dreieinhalb Meter oder so. Und da trauen sich manche Pferde einfach nicht runter und das ist immer ein bisschen lustig da. Also, du sitzt halt irgendwie 20 Meter von diesem Wall entfernt, ähm, auf der einen Seite. Das ist immer unser favorisierter Ort. Und dann, äh, trauen sich Pferde sich da nicht runter und dann kannst du denen zugucken. Und manche trauen sich dann doch und springen aus voller Höhe und dann fällt der Reiter runter. Und das ist schon, das ist schon, schon nett anzugucken. Also, auch für Leute wie mich, die einfach mit Pferden sonst gar nichts anfangen können, ähm, ist das irgendwie, ich kaufe mir ja nicht mal bei, bei Legend of Zelda Breath of the Wild ein Pferd. Also, ähm, es ist trotzdem irgendwie nett zu gucken. Und die haben halt auch so eine, so eine total nerdige Einkaufsmeile daneben an mit ganz viel Pferdekram. Da kann man so auch so Sachen kaufen wie eine Schabracke. Ähm, könnt ihr googeln, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Ähm, und so ein anderes Zeug, was du halt nur als Pferdebesitzer oder Pferdespringenreitexperte brauchst. Ähm, es macht trotzdem Spaß, da zu sein. Also, auch wenn ich da, also es ist halt irgendwie nett, äh, in der Sonne sitzen und Pferden beim Sprengen zu gucken. Das kann ich empfehlen. Deine Kinder, deine, oder deine, deine drei Mädels stehen da bestimmt voll drauf, oder? Äh, ja. Boah, jetzt bin ich hier voll der sexistische Vorurteil, ne? Ne, stimmt aber tatsächlich. Also, die finden das schon echt gut. Also, ich finde das natürlich auch gut, aber, ne, ich hab halt auch viel auf mein Handy geguckt und so und die Sonne genossen und die ganze, ganze Atmosphäre ist halt schön, weil da, das ist so witzig. Du sitzt da halt zwischen vielen Leuten auf der Wiese und es ist einfach, ähm, es sind alles Mädels und es sind alles Super-Nerds. Na, der muss ein bisschen treiben hier und das kann ja wohl nichts werden. Der hat ja wohl irgendwie hier dieses Fachwort hier einfügen nicht benutzt und ich hab halt keine Ahnung, wovon die da reden, so. Und, äh, da fühl ich mich immer so ein bisschen so, als würde ich mir zuhören und keine Ahnung von Computerspielen haben. Also, ähm, so ein bisschen Erden ist halt, äh, da, ich genieße das. Einfach mal irgendwie Leute über was reden zu hören, wo ich, gar keine Ahnung von hab. Ja. Ähm, hast du Ahnung von Nähmaschinen? Von Nähmaschinen? Äh, nee, in Wirklichkeit nicht. Ich hab mir vor ungefähr vier Monaten eine ausgeliehen, weil ich mal einen Kissenbezug nähen wollte aus dem alten T-Shirt und hab das bislang nicht gemacht. Ja, guck mal, ich hab nämlich mehr, äh, ich hatte auch keine Ahnung von Nähmaschinen, aber ich hab mir jetzt einfach mal eine gekauft. Ähm. Und zwar, ähm, relativ günstig bei Chibo, äh, gab's eine Nähmaschine für 100 Euro, ähm, und da hab ich gedacht, okay, 100 Euro kann sich das falsch machen. Ich hab immer mal so kleine Sachen, die ich gerne nähen wollte und das einfach, wenn er mit der Hand gemacht hat und die Nähte sind entweder hässlich geworden oder sind halt immer wieder aufgegangen. Ähm, und hab gedacht, ja, ist eine Nähmaschine zu haben oder drauf, Zugriff zu haben, wäre schon ganz gut, aber meine, meine Eltern haben halt keine und, ähm, mir mal eine auszuleihen, die dann irgendwie wieder mit dem Fahrrad zurückzubringen, wäre halt auch doof. Ja. Oder mit der U-Bahn. Und deswegen hab ich gedacht, für 100 Euro kannst du meine kaufen. War leider ausverkauft. Nur noch das teurere Modell für irgendwie 170 Euro war vorhanden, aber die haben mir so viel Rabatt gegeben, dass ich noch irgendwie 120 bezahlt hab nachher dafür. Nice. Weil, weil es war halt außerhalb des Programms und es war auch nicht mehr ausgestellt, sondern doch so, ja, ich glaub, hinten im Lager, da haben wir noch eine rumstehen. Okay. Ähm, ne, und die waren halt froh, dass die los waren. Ich war froh, dass ich quasi das ein besseres Modell, was wohl deutlich besser ist als das, äh, alte... Was kann denn das günstige und was kann denn das, das, äh, jetzt teurere? Keine Ahnung. Kann ich, kann ich dir echt nicht sagen. Ich wollte halt die günstigste kaufen, weil ich halt keinen Bock hatte, so viel Geld auszugeben dafür. Ja. Und jetzt hab ich die teurere für fast den gleichen Preis gerichtet. Egal. Ähm, auf jeden Fall hab ich jetzt angefangen zu nähen damit, das ist ganz lustig. Ähm, und zwar hab ich, ähm, so ein paar Jeanshosen, die halt immer, oder häufig so im Schritt kaputt gehen. Wahrscheinlich so hauptsächlich durch das Fahrradfahren die ganze Zeit. Ah, ja. Ähm, und da benutze ich jetzt gerade die Hosenbeine, ähm, von diesen Jeanshosen, um mir, ähm, Halter für Bierbecher im St. Pauli-Stadion im Millern-Tor, ähm, zu nähen. Also, für die Becher, die sie dort haben. So, dass ich dann nachher, dass ich dann in der nächsten Saison in der Gegend gerade stehen kann und meinen Becher so um meinen Hals hängen habe. Das ist bestimmt super praktisch und furchtbar hässlich. Nein, das ist voll schön. Vor allen Dingen ist es aber praktisch. Also, ähm, ich hab das bei mir in meiner Triathlon-Abteilung, ähm, rumgeschickt, meinen ersten Prototypen-Foto davon. Und dann kam gleich die Frage, oh, wo kann man denn die machen? Oder wer macht die denn? Wo kann ich die denn bestellen? Ja, ja, ich mach noch ein paar mehr. Deswegen konnte ich in der Mehrzeit jetzt schon reden. Ich hab jetzt irgendwie schon vier oder fünf schon fertig. Sehr gut. Ähm, das ist ganz lustig. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus, weil ich immer noch so ein bisschen am Optimieren bin, ne? Also, von der Form und von der Größe, wie breit der Streifen ist, der dann um das Glas rum geht. Ähm, machst du denn diese Halter, machst du die aus einem Stück gefräst oder machst du den Henkel separat dran? Den Henkel mache ich separat. Okay, also du nimmst nicht die Jeans und sägst einfach so viel raus, dass dann der Halter übrig bleibt? Nein, 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 nein. Den Henkel, also ich mach erstmal diesen, diesen Ring, der quasi um den Becher rum geht. Und der ist auch nicht, der ist auch nicht rechteckig, sondern der ist so leicht abgeschrägt, weil der Becher halt auch abgeschrägt, ne? Ja, ja. Was ich halt gemacht habe, ich hab einfach so einen Streifen Jeansstoff genommen, um einen von den, von den Bechern aus dem Stadion, die ich hier bei mir auch zu Hause habe, rumgehängt, mit Nadeln festgetackert, wo das, wo ich die zusammennähen muss. Und dann hab ich das so quasi, ähm, die Formen rausbekommen, die ich da haben muss. Sehr gut. So machen das diesen einen an echten Menschen auch. Ja. Genau. Und dann den, so ein, so ein, so ein Umhängeband quasi genäht. Mhm. Und dann da ran. Ich finde, das klappt ganz gut. Aber wo du jetzt sagst, die sind so schön, ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dem Royal Wedding, ähm, keiner auch nur in die, in die Nähe des Gedankens gekommen ist, so ein Ding zu tragen. Royal Wedding? Ja. Da haben doch gerade in England die beiden, äh, äh, Larry und wie heißt die? Ich weiß nicht, Magnolia oder so, haben da geheiratet. Na klar, hab ich nichts mehr, doch, bei Twitter hab ich gesehen, ey, was mit Royal Wedding, aber ich hab mich gar nicht weiter drum gekümmert. Nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Nee. Auf jeden Fall, äh, für die nächste Saison hab ich jetzt hier so, so ein Bierhalter. Das ist sehr gut. Ja, sehr gut. Ähm, nicht sehr gut oder sehr gut, ich weiß nicht genau, ist, dass wir schon Ewigkeiten nicht mehr über Apple gesprochen haben. Gibt ja auch wenig zu erzählen. Das ist so, ne? Also, ich hab mich halt gefragt, mir ist das neulich aufgefallen, wir reden irgendwie nur noch über Filme und Serien und Videospiele und so und früher haben wir sehr viel über Apple gesprochen, über deren coole neue Produkte und so und was wir gerne haben wollen und das gibt's einfach nicht mehr. Ich weiß nicht warum, vielleicht haben die einfach keine coolen neuen Produkte mehr. Ähm, doch, also die haben, die haben noch coole neue Produkte, also ich, ähm, würde mir gerne nochmal eine Apple Watch mit, mit LTE kaufen. Ähm, ich bräuchte mein neues, neues Telefon, ähm, aber die Produkte dauert halt noch, bis die, ähm, erneuert werden. Ein neues iPad könnte ich mir vielleicht kaufen. Lass uns doch die Produktkategorien der Reihe nach mal durchgehen. Ähm, MacBook Pro. Also, ich hab jetzt einen 2016er Late MacBook Pro. Ich auch. Mir letztes Jahr irgendwann gekauft. Und die Tastatur ist ultra scheiße. Die Tastatur ist super geil. Und zwar deswegen, weil du da nur schief drunter gucken musst und dann bleiben die Tasten hängen. Ist mir noch nie passiert. Dann benutzt du sie einfach auch nicht. Ja, ich hab halt eine, ich hab halt eine externe Tastatur noch dran, unten, äh, hier stehen. Ja. Die benutze ich halt tatsächlich hauptsächlich. Ähm, und die interne Tastatur benutze ich halt nur wirklich so sehr selten, wenn ich das Ding mal wegnehme von meinem, von seinem angestammten Platz. Ähm, deswegen finde ich es halt auch sehr schade, dass es diese Tastatur, die auf dem MacBook Pro drauf ist, nicht als externe Tastatur gibt, weil mir gefällt dieser Mechanismus mit diesem kleinen Hub sehr gut. Und ich finde es immer ein bisschen doof, ähm. Dass ich jetzt als externe Tastatur ein anderes Layout habe oder andere Tasten habe, da habe ich nämlich dieses, ähm, Bluetooth mit Ziffernblock von Apple. Ja. Was neulich mal rausgekommen ist. Ähm. Was halt auch eine schöne Tastatur ist, aber ich finde die im, ähm, MacBook Pro finde ich halt eigentlich, kann ich besser drauf tippen. Habe ich das Gefühl. Okay, also ich finde sie super, super mies. Ähm, schön zusammengefasst übrigens auf marco.org, das ist von Marco Arment der Blog, der hat, äh, im November 2017, also ziemlich ein halbes Jahr nachdem ich das MacBook gekauft habe, hat er so einen Artikel geschrieben, der heißt, ähm, Fixing, Fixing the MacBook Pro, wo er unter anderem diese Tastatur anspricht, dass die, dass die Pfeiltasten zum Beispiel nicht findbar sind per, äh, per Hand, weil die volle Links-Rechts-Tasten haben und nicht mehr halbe wie früher, was einfach viel praktischer war, weil du die dann mit den Fingern eben, eben ertasten konntest. Und jetzt ist die Tastatur halt voll ausgefüllt, aber, ähm, nicht mehr so praktisch wie vorher. Sie sieht besser aus und funktioniert schlechter. Das ist immer das, das Mantra von Apple. Ja, aber ich, nein, genau dieses Argument, man findet, man findet die Tasten nicht mehr, die, die Pfeiltasten, das stimmt halt überhaupt nicht. Die Pfeiltasten sind unten rechts, die waren schon immer unten rechts und da brauche ich keine halbe Taste dafür, das ist, da brauche ich eine ganze Taste, wenn ich kann blind auf die Tastatur greifen und habe die Pfeiltasten. Es ist halt nicht mehr so leicht wie früher. Ich finde es genauso leicht wie früher. Ganz genauso leicht. Dann bist du komisch. Außerdem, wie gesagt, das Dreckproblem ist ein bisschen problematisches, weil meine Leertaste ist schon mal abgefallen deswegen, weil da einfach Dreck drunter war und der da nicht rausging und dann habe ich da drauf gedrückt und dann fiel sie irgendwann raus, so. Und das Problem habe ich jetzt auch, also ich habe es alle Nasen lang mit irgendeiner Taste, mein Way to go ist dann das MacBook querhalten und wiederholt auf die Taste hämmern, bis der Dreck da rausgefallen ist und das funktioniert meistens und irgendwann lässt sie sich dann wieder drücken, vorher hat sie halt gar keinen Hub mehr. Sie tippt dann trotzdem, aber hat halt keinen Hub mehr und das ist einfach ein super schlechtes Design. Dazu gibt es ja so ein Class Action Lawsuit gerade in den USA, wo ganz viele Leute Apple deswegen verklagen wollen. Ne, das wollte ich nicht. Ich habe eine Petition unterschrieben. Und damit bin ich unzufrieden und ich bin auch unzufrieden mit dieser Touch Bar, weil die einfach völliger Quatsch ist. Also die braucht kein Mensch und das Einzige, was ich daraus wirklich haben wollte und auch tatsächlich benutze, ist der Fingerabdrucksensor. Ich finde die Touch Bar so gut. Ich bereche mich jedes Mal darüber auf, dass meine externe Tastatur keinen Touch Bar hat, weil ich finde erst mal diesen Emoji-Selector finde ich cool. Ich finde gut, dass du da verschiedene Funktionen drauflegen kannst. Also ich habe zum Beispiel eine Umstellung zwischen koreanischer und europäischer Tastatur da oben mit drauf mit einem Tastendruck, einem Touch Bar-Druck. Ich finde diese Touch Bar finde ich richtig, richtig gut und finde es halt doof, dass ich die nicht an einer externen Tastatur habe. Interessant. Und der Fingerabdrucksensor ist natürlich auch genial. Der ist auf jeden Fall super. Der könnte noch ein bisschen besser funktionieren, aber... Ich würde gerne die Tastatur inklusive Touch Bar als externes Device haben. Das würde auf jeden Fall der Verbreitung helfen, ja. Sehe ich ein. So gut finde ich diese Tastatur. Ja, nö. Nee, ich nicht. Also ich... Nö. Gut. Ähm, so viel zum MacBook Pro. Was wissen wir denn zu sagen über die iOS-Device? Nee, da gibt es ja noch mehr. Da gibt es halt so ein MacBook Pro. Was hast du denn dazu, dass keine USB-A-Ports dran sind? Also das finde ich ja auch ganz okay. Das ist okay. Aber Apple selber ist da schon super scheiße zu seinen Kunden. Das bietet... Apple selber bietet nicht mal ein USB-C zu Lightning-Kabel an. Doch. Und das gibt es nicht. Doch, doch. Kann man nur kaufen bei Apple für 30 Dollar. Da habe ich zwei Stück von gekauft. Ist nicht den Geräten beigelegt, aber kannst du direkt von Apple kaufen. Okay, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es die nicht. Ich habe sie mit meinem MacBook Pro mitbestellt. Und das ist, als es rausgekommen ist. Dann gibt es die nur... Ach, was soll's? Jedenfalls ist es halt im Denken von sämtlichen Zubehörherstellern nicht drin, dass USB-C nicht nur als Anschluss für das neueste Samsung Galaxy-Telefon ist, sondern eben auch als Host-Port quasi gilt. Ja, 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 ja. Das ist halt bei vielen Herstellern nicht dran. Und das nervt mich wahnsinnig. Genau, was man häufig findet, dass man, wie auch bei der Switch, ein USB-A zu USB-C-Kabel bekommt. Genau. Und kein USB-C zu irgendwas-Kabel. Und das fehlt halt. Also, solange es die nicht in großer Menge billig zu haben gibt, ist das System noch nicht gut genug. Abgesehen davon sind es halt auch extrem wenig Anschlüsse. Selbst in meinem 15-Zoll-High-Class MacBook Pro sind nur vier Anschlüsse drin. Und einer davon wird halt immer viel Strom benutzt. Ich habe auch vier in meinem 13-Zoll-High-Class. Wenn ich es ja an meinem Schreibtisch stehen habe, habe ich normalerweise meinen großen Monitor da dran. Und dann habe ich halt vier Ports in dem Monitor. Und tatsächlich auch nur ein Kabel vom Laptop zum Monitor. Natürlich. Das kann ich auch. Also, ich habe halt auch so ein Hub neben meinem Notebook liegen, den ich aber auch tatsächlich brauche, weil ich sonst gar nicht alles angeschlägen kriege. Genau, ich wollte gerade sagen, das brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Ich kann halt alles anschließen mit diesen vier Ports. Inklusive sogar dem LAN-Adapter, den ich da gerade dran habe. Also, schon allein, wenn ich meine Level-Complete-Aufnahme mache, dann brauche ich alle vier Ports. Ich habe keine Chance, dann noch ein USB-Device ranzubauen, um Daten zu übertragen zum Beispiel. Ich brauche einen für den Strom. Ich brauche einen für das Mikrofon. Ich brauche einen für die Game Capture. Und ich brauche einen für meine externe Festplatte, um das über Windows aufzunehmen. Okay, die externe, guck mal, ich brauche nur drei. Die externe Festplatte brauche ich dafür nicht. Also, ich finde, es sind halt super wenig Ports. Und ich finde es total furchtbar, dass es keinen Mikrofoneingang mehr in dem MacBook gibt, obwohl der Port da ist. So, das wäre wahrscheinlich ein Bauteil im Wert von 24 Cent gewesen, was sie einfach mal weggelassen haben, weil sie dachten, das braucht eh kein Schwein. Und ich finde es furchtbar. Das heißt nämlich, ich brauche einen dieser Ports auch noch für mein Lavalier-Mikrofon. Und das ist einfach Mist. Naja, jedenfalls, ich bin mit dem Gerät nicht sehr zufrieden. Natürlich, es sieht total schick aus. Es ist sehr dünn und leicht. Und der Monitor ist einfach fantastisch. Aber ansonsten finde ich es halt doof. Also, ich hätte es gerne erweiterbar. Ich hätte es halt gerne... Es fühlt sich halt nicht wie Pro an, sondern es fühlt sich an wie teuer, aber für Laien. Ich bin ein Laie und ich finde es super geil. Gut. Hätten wir das geklärt. Also, ich habe mein 2011er MacBook Pro auch immer noch rumliegen und finde es auch tatsächlich noch sehr cool, weil das hat zwar kein Retina-Display, aber ich kann halt Festplatten ein- und ausbauen und RAM wechseln und ich kann es halt aufmachen und irgendwas austauschen. Und das geht halt bei diesem hier überhaupt nicht, weil das alles proprietärer Dinge sind. Also, wenn ich Bock hätte, könnte ich in das 2011er MacBook Pro jetzt 4 Terabyte Speicher reintun. Und das geht einfach nicht mit diesem. Ja. So, das sind halt so Dinge, die mich stören. Ja, gut. Sind wir jetzt bereit für das nächste Thema? Gerne. Gut. mit iOS-Devices. Ich finde das iPad tatsächlich ziemlich cool momentan. Also, da sind sie wirklich auf dem richtigen Weg. Die haben nämlich das iPad Pro, was einfach ziemlich viel Gutes kann, und das iPad 2017er Version, das einfach extrem günstig ist und okay für den Preis. 2018er Version, meinst du? Ja, kann sein, ja. Das Aktuelle. Genau, das Aktuelle für 350 Dollar oder was es kostet. Genau, unterstützt jetzt auch den Stift, das ist ganz cool. Ich finde es ein bisschen, also, es hat nicht das gute Display, was das iPad Pro hat, sondern hat das gleich, so ein ähnliches Display, wie das iPad Air vorher hatte. Also, hat nicht diese Farbanpassung und so ein Kram, aber das braucht man ja auch nicht unbedingt. Was ich schade finde, ich hatte das letztens im Store in der Hand, das neue. Ich finde, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es größer ist oder schwerer ist als das iPad Air 2, was ich habe. Und das stört mich so ein bisschen. Also, der Rand ist, glaube ich, ein bisschen breiter und ist, glaube ich, ein bisschen dicker. Ja. Ich weiß nicht, ob es mich tatsächlich so im täglichen Betrieb stören würde, aber als ich es in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz schön dick. Hm, interessant. Ich glaube, das ist ähnliche Maße halt wie das iPad Air. Ich weiß es nicht. Es kam mir dicker vor. Ich hatte halt auch das iPad Air zum Vergleich nicht dabei. Ja. Und das ist natürlich softwareseitig inzwischen auch sehr brauchbar, das iPad. Weil diese ganze Overhaul-Geschichte, die sie, ich weiß nicht, wann das war letztes Jahr, vorletztes Jahr, mit den Multitouch-Funktionen und so, das ist natürlich total super. Also, von daher, ein iPad kann ich auf jeden Fall empfehlen, momentan zu kaufen. Auch die günstige Version schon, weil die eben den Stiftsupport hat. Ich habe gerade mal nachgelesen, das iPad, das 2018er iPad ist genauso dick wie das iPad Air, aber anderthalb Millimeter dünner als das iPad Air 2, äh, dicker als das iPad Air 2, was ich habe. Ah, okay, verstehe. Also, mein iPad ist tatsächlich dünner. Ja, alles klar. Okay. Gut, also iPad finde ich okay, aber ich habe halt mein iPad Air und bin damit zufrieden und brauche auch bislang keine Erweiterung, weil ich nämlich fast alles mit meinem iPhone mache. Und das iPhone ist ein iPhone 7 Plus. Und das ist ja eigentlich ein iPad. Das ist im Grunde auch völlig ausreichend. Nee, ist es leider nicht. Also, viele, viele Apps benutzen weder die Queransicht noch die Zwei-Spalten-Ansicht in der Queransicht, was ich sehr bedauere, weil es auf dem Bildschirm einfach extrem machbar wäre, das zu machen. Es gibt sehr wenige Apps, die das machen, die die Apple Mail App zum Beispiel macht es und Notizen und so, aber alle anderen halt nicht. Dann gab es irgendwie das iPhone 8, was eine Glasrückseite hatte und eine neue Software-Kamera-Funktion. Und das war, glaube ich, alles, was da der Unterschied ist. Nee, du kannst das jetzt auch kabellos laden über so ein... Qi. Qi. Und es gibt das iPhone X, was mir viel zu teuer ist, wo ich nicht glaube, dass diese Face-ID-Technologie so fantastisch ist, dass man sie unbedingt haben muss. Doch, doch. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, ist die Selfie-Feature der Portrait-Modus-Geschichte. Aber auch den Home-Button nicht zu haben, kommt mir bislang noch komisch vor, aber ich habe es halt auch noch nicht wirklich viel benutzt. Mein Bruder hat das iPhone X und als wir zusammen im Urlaub waren, habe ich das halt benutzt. Das ging relativ schnell, also wir sind Auto gefahren und ich habe dann auch die Musik da mitgemacht und nach zwei, drei Mal den Code eingeben von ihm, hat das iPhone X dann mich auch erkannt als ihn. Also, da sehen wir uns tatsächlich wohl ähnlich genug, dass das iPad uns an beide erkannt hat. Das war ganz lustig, aber generell finde ich das halt super. Diesen Home-Button, den braucht man halt echt nicht. Man gewöhnt sich, ich habe mich innerhalb von einem halben Tag an diese Gesten gewöhnt, die man da benutzt. Der große Bildschirm ist super genial und dass man halt keinen Code eingeben muss, keinen Finger auf eine bestimmte Stelle legen muss, sondern einfach nur reingucken, um das Ding zu entsperren. Das ist einfach ein Traum. Also, als mein iPhone kaputt gegangen ist vor ein paar Monaten, habe ich auch kurz überlegt, ob ich mir ein iPhone X holen soll. Da war das natürlich aber auch schon jetzt ein halbes Jahr draußen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich warte jetzt auf das iPhone X 2 oder 11 oder keine Ahnung, wie sie es nennen, also den Nachfolger von dem jetzigen iPhone X. Und den hole ich mir sofort, weil ich halt weiß, dass es genial ist und ich will es haben. Okay. Spannend. Also, reizt mich halt so gar nicht. Ich bin mit diesem 7er sehr zufrieden und erst wenn das wirklich großartige Macken aufweist oder das neue Telefon ein Feature hat, was ich wirklich haben muss. Also, dieses Face-ID ist ja im Grunde nur Bequemlichkeit und die Portrait-Funktion nur auf der Rückseite zu haben, statt auf der Front, ist auch nur Bequemlichkeit. Und deswegen gab es für mich jetzt einfach keinen Grund, irgendwie abzudaten bislang. Diese Portrait-Funktion reizt mich halt überhaupt nicht. Das macht einfach fantastische Fotos. Ich finde sie halt nicht gut genug, diese Fotos. Naja, gut, du hast halt eine DSLR, von daher brauchst du das auch nicht zu haben. Aber einfach nichts dabei zu haben und damit dann eben Fotos zu machen, ist schon sehr, sehr cool. Ich hätte es gerne. Ich hätte gerne diese Technik, also das, was sie versprechen, hätte ich gerne im Telefon. Das wäre super. Aber das, was sie versprechen, können sie halt nicht einhalten. Du hast ja so ein sehr schönes Foto, was echt cool ist mit dieser Kuh. Das sieht halt auf den ersten Blick, sieht das halt richtig genial aus. Aber sobald du halt irgendwie länger als eine Minute raufguckst, dann fällt dir halt auf, wo dieser Tiefeneffekt Probleme macht und wo Apple es halt nicht schafft. Und das würde mich halt zu sehr aufregen. Also wenn ich das einmal gesehen hätte, würde ich mir dieses Bild auf einmal nicht mal an die Wand hängen wollen. Und ich möchte halt gerne ein Telefon haben, wo die Bilder, die ich da rausbekomme, dass ich mir die an die Wand hänge. Und das kann dieser Portrait-Modus halt zurzeit nicht erfüllen. Aber dann hast du bislang kein einziges Telefon, wo du das konntest. Doch, also vom Nicht-Portrait-Modus kannst du die Fotos vom iPhone an die Wand hängen. Auch vom iPhone 6. Die sind gut genug. Es gibt aber auch Portrait-Modus-Fotos, die du dir an die Wand hängen kannst, weil du da den Unterschied nicht siehst. Du musst halt immer das Motiv entsprechend wählen, weil eben nicht alles funktioniert, weil diese Tiefenschärfe halt einfach fake ist. Und wenn der nicht erkennt, dass der Draht, der vor der Kuh langläuft, eben nicht im Hintergrund ist, sondern im Vordergrund, dann macht er den halt unscharf. Und dann siehst du halt vor der Kuh den Draht scharf und neben der Kuh den Draht unscharf. Das ist halt das, was dich an dem Bild stört. Genau, aber das sind halt so viele Kleinigkeiten. Also beim Fotografieren achtet man ja schon auf viele Sachen, aber dann muss ich ja wirklich auf jede, ob da irgendwo im Vordergrund irgendwas ist, was im Vordergrund ist, aber was die Kamera vielleicht nicht erkennt als Vordergrund, das macht halt noch einen Komplexitätslayer auf dieses Fotografieren, den ich nicht bereit bin einzugehen. Dann nehme ich lieber meine Canon EOS und mache gleich ein ordentliches Bild. Die erkennen nämlich, was im Vordergrund ist und was nicht, weil das ist dann halt einfach nur Physik. Ja. Gut, sich ein. Watch. Ich habe die Version 2, die zweite Generation Apple Watch. Ich habe die Version 0, die erste Generation Apple Watch. Und meine zweite Generation, die habe ich auch nur deswegen, weil meine Generation 0 zuvor zerbrochen ist und mich dann einfach ein Jahr oder so ein gutes Jahr, nachdem ich die gekauft hatte, auf die neue Version dann eben ein paar Wochen gewartet habe und die dann gekauft habe. Sonst hätte ich jetzt auch noch die Generation 0 und freue mich aber, dass sie wasserdicht ist, was ein unglaublich geiles Feature ist. Also alle Geräte, die du täglich in deiner Hand benutzt, die sollten wasserdicht sein, so wie das iPhone 7 und meine Apple Watch, damit du sie auch mal abwaschen kannst und die ganzen Keime darunter kriegst. Und gerade wenn du Kinder hast, die das dann anfassen und was weiß ich wo mit ihren Fingern waren vorher, ist es schon sehr geil, wenn du die auch mal einfach unter den Desinfizierer halten kannst und desinfizieren kannst. Und das ist halt mit der Apple Watch 2 auch so. Ich nehme die mit in die Badewanne und wasche die dann halt. Freue mich tierisch, dass die dann hinterher so piept und der ganze Quark dann wieder rauskommt, der da reingeflossen ist. Und das ist so das Feature von der Series 2 gewesen, dass die eben wasserdicht ist. Und die Series 2, Series 3, die hat ein Feature, was mich so ein bisschen reizt, was ich aber nicht benutzen kann. Nämlich hat sie LTE, aber ausschließlich in einem Telekom-Vertrag für weitere 10 Euro pro Monat. Und da kommt auch den Vertrag drauf an. Und das ist es mir halt dermaßen gar nicht wert, dass ich da keinerlei Gedanken dran verschwendet habe, mir das zu kaufen. Und wegen der Geschwindigkeit, also klar, die Geschwindigkeit ist bestimmt sinnvoll. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Uhr ist ein bisschen lahm. Aber dafür würde ich jetzt trotzdem nicht eine Uhr ein Jahr später irgendwie ersetzen wollen. Ja, ich überlege halt, ob ich mir jetzt das Nachfolgemodell von dem Modell 3 kaufe. Mal gucken, der kommt so ein bisschen drauf an, was für einen Telekom-Vertrag du hast. Also ich habe bei meinem Vertrag kostenlose Multisimps drin. Also ich könnte auch diese elektronischen Multisimps, also ich könnte die, ich müsste keine 10 Euro pro Monat dafür bezahlen. Okay. Das wäre es mir halt auch nicht wert. Aber mit einer kostenlosen Multisimps ist mir, glaube ich, der Aufpreis für das LTE das wert. 10 Euro würde ich vielleicht im Monat bezahlen für Apple Music, was dann da eben drüber liefe. Aber auch da müsste ich dann erstmal die App, die Akku-Geschichte checken und gucken, ob ich bereit bin, Sport zu machen mit nur der Apple Watch. Ja, weiß ich halt nicht, also wäre es mir halt bislang nicht wert. Also mir wären halt so, ich hatte gehofft, dass die, dass die Version 3 der Apple Watch ein Medizin-Feature bietet, was gerüchtet wurde, was dann leider nicht kam, nämlich Blutzuckermessung. Blutzuckermessung non-invasiv, die gibt es quasi überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Geräte, die das machen und wenn die das gekonnt hätte, dann wäre das nicht nur ein Gadget-Meilenstein, sondern ein medizinischer Meilenstein gewesen, weil dann sämtliche Diabetes-Patienten hätten dann diese Uhr kaufen wollen, weil die keinen Bock gehabt hätten, sich ständig in den Finger zu piezen, sondern stattdessen einfach eine Uhr tragen. Und das ist halt auch für Diät-Geschichten ist das total sinnvoll. Also wenn du wissen willst, ob der Burger jetzt deinen Blutzuckerspiegel nach oben treibt oder nicht, dann ist es halt clever zu gucken, ob du einen hohen Blutzuckerspiegel hast. Und da gibt es halt Geräte, die piekst du dir in den Finger und dann gucken die dein Blut an. Und es gibt halt auch Technik, die das ohne macht, aber die ist halt bislang nicht verbreitet. Und wenn Apple das in seine Uhr eingebaut hätte, das wäre echt gut gewesen. Also das ist so mein Hoffnungsfeature für Version 4 und das wäre für mich auch tatsächlich ein Upgrade-Grund. Mal abwarten. Mal abwarten. Ja, nächstes Thema Apple. Accessories. Ich habe bislang immer noch keine Airpods. Oh, die Airpods sind das Beste, was es gibt. Ich habe in letzter Zeit ein paar Probleme damit, dass sie mein Ohr nicht immer richtig erkennen. Manchmal lege ich dann beide rein, dann geht das wieder. Vielleicht müsst ihr die einfach mal waschen. Was passiert, wenn die dein Ohr erkennen? Dann gehen die an und machen Musik. Das heißt, du nimmst die raus aus der Schachtel und dann steckst du die ins Ohr und dann machen die Musik? Dann machen die Bip-Bip oder so. Keine Ahnung. Nee, dann, ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn du vorher Musik gespielt hast, dann machen die halt weiter, da wo du gespielt hast. Und ansonsten kannst du halt nochmal drauf tippen direkt und los machen. Aber wenn die halt dein Ohr nicht erkennen, dann gehen die halt gar nicht erst an. Okay. Also was, ich habe halt keine, ich habe auch noch keine benutzt, weil man verleiht die auch nicht. Und was halt gerüchteweise total großartig war, ist der W1-Chip in diesen Airpods, der irgendwie großartig ist, weil der von Apple kommt und alle Apple-Geräte irgendwie miteinander verbinden. Dann kannst du mit einem Tab irgendwie deine Kopfhörer. Ja. Ich habe es halt einmal mit meinem Telefon gepaart und kann jetzt ohne, mit einem Klick das am Mac benutzen oder am iPad. Ich habe die Beats One, nee, die Beats X heißen sie, Beats One X, irgendwie so, also so mobile Kopfhörer von Beats, die auch diesen Chip drin haben und finde sie nicht sehr praktisch. Also irgendwie ist es für mich noch nicht einfach genug zu wechseln. Ich muss ständig irgendwie auf dem Mac, muss ich irgendwie Bluetooth dann aktivieren, diesen Kopfhörer und so. Ähm, und ich muss auch irgendwie die Beats One, Beats X muss ich irgendwie lange gedrückt halten, den Knopf, der sowieso extrem scheiße ist bei den Beats. Ähm, also der An- und Ausknopf, der ist sowas von schlecht positioniert. Ähm, den, den kriegst du nicht, nicht vernünftig gedrückt, wenn du es, wenn du es lapidar versuchst, sondern musst wirklich, ähm, ja, es ist einfach Mist. So kann ich irgendwann anders noch darüber reden. Ähm, und das Pairing zwischen den Dingern funktioniert auch nicht so richtig doll. Also es, es klappt zwar immer, aber es dauert mir alles zu lange und, ähm, ich bin von diesem Chip einfach per se nicht überzeugt. Ja, aber das ist nicht der Chip. Der, äh, der Anknopf ist ja nicht der Chip. Denn, denn, diesen Chip hast du auch in den AirPods drin, du hast noch keinen, keinen Anknopf. Das ist halt einfach die Implementation, Implementation dieses Chips in diesen Kopfhörer. Der Kopfhörer ist vielleicht Mist. Aber deswegen ist der Chip ja nicht Mist. Okay. Also der Kopfhörer, diese Beats X, die sind schon okay. Also die sind klanglich total in Ordnung und, ähm, halten auch gut in meinem Ohr. Und sie verbinden sich auch einfacher als sämtliche anderen Bluetooth-Kopfhörer. Aber es könnte auch noch einfacher sein. Und ich, ähm, hab nicht das Gefühl, dass die AirPods das irgendwie könnten. Abgesehen davon, ähm, was bietet Apple sonst so an Accessories an? Sie haben irgendwie jetzt diese... Apple TV. ...diese, ähm, Air-Power-Geschichte vorgestellt. Und es ist noch nichts erschienen, was das irgendwie machen sollte. Ja. Ähm, dann haben sie den HomePod vorgestellt. Den kann man irgendwie in den USA inzwischen kaufen. Und er kann aber längst nicht das, was er können hätte sollen. Nämlich zum Beispiel Stereo-Pairing. Also du kannst dich zwei davon kaufen und die als Stereo-Paar benutzen. Ja, weil dafür brauchst du, ähm... Dafür brauchst du AirPod 2 oder Air... Wie heißt das? Air... ...Dings 2? AirPlay 2. Und das gibt's irgendwie immer noch nicht. Also die haben offensichtlich extrem viel versprochen, was sie einfach nicht halten konnten, weil es technisch nicht machbar war oder wie. Und ich frag mich halt, was ist denn dann sonst an diesem HomePod irgendwie technisch so, wie sie es versprochen hatten? Also die, die, äh, 70 Mikrofone, die da drin stecken, machen die denn tatsächlich den Klang besser, wenn du den irgendwie in die Ecke stellst und im Moment wartest? Oder funktioniert das auch nicht so wie angeteasert? Oder ist das Ding überhaupt 350 Euro wert, wenn du keinen, keinen Apple Music-Dienst bezahlen willst zusätzlich? Ähm, ich hab da also keinerlei Interesse, das auszuprobieren für diesen Preis. Ja. Ja, ne? Also das war der HomePod. Ähm, was gibt's noch? Apple TV. Apple TV. Apple TV ist tatsächlich cool. Also, ähm, da bin ich, ähm... Ja, das reizt mich halt deswegen nicht, weil ich kein 4K-TV habe. Ich würde mir sofort ein Apple TV kaufen, wenn das Dolby Atmos Ton hätte. Und nicht nur Dolby Vision. Du hast, aber du hast doch ein Apple TV. Ja, aber mein Apple TV ist von 1494, ähm, ist halt ein Apple TV dritte Generation. Also der hat nicht mal Apps. Mhm. Äh, und es gab für mich einfach bislang keinen Grund abzugraden, weil HD-Filme spielt ja auch ab und 5.1-Around-Tone auch. und der neue, der kann halt irgendwie 4K und Dolby Vision, aber ohne 4K-Dolby Vision Fernseher bringt mir das auch nichts. Ich hab halt ne, ne gute Soundanlage, aber die kann ich damit nicht bespaßen, weil der kein Dolby Atmos Ton ausgibt. Und das wäre tatsächlich für mich ein Kaufgrund, weil das könnte ich halt nutzen, aber alles andere, die Apps interessieren mich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf seinem Apple TV stundenlang irgendwelche Apps benutzt. Und abgesehen von, abgesehen von Hulu und Netflix und was ist, was ich alles, aber die gibt's halt auf dem Apple TV dritte Generation auch. Also ich hab halt auch Amazon App und, äh, Amazon Video oder wie es inzwischen heißt und die, die Netflix App und die benutze ich halt auch und die YouTube App, die benutze ich und die WWE App, die benutze ich und ansonsten halt nix. So, und das ist, äh, also für mich kein, kein, äh, Upgrade-Grund. Und spiele sowieso nicht und ich finde die neue Fernbedienung furchtbar, immer noch. Dieses Touch-Ding, nee, muss nicht. Ich finde gut. Also ich bin auch, ich bin so ein bisschen desillusioniert von Apple. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Du bist im Randmodus gerade. Ja, so ein bisschen, weil Apple einfach irgendwie, früher, ich hab irgendwie acht Jahre lang, von 2005 bis 2013, hab ich gedacht, boah, was für ein geiler Laden, die machen nur total geilen Scheiß und inzwischen ist es halt nicht mehr so. Die machen irgendwie okayes Zeug, so. Aber die haben vorher auch nur okayes Zeug gemacht. Das Problem ist nur, dass der Rest von der, von der, von der, von der Welt noch schlimmeres Zeug macht. Also Apple war noch nie, jedenfalls nicht in den letzten 20 Jahren, gut. Die waren halt immer okay, waren immer besser als alle anderen, aber deswegen ja noch lange nicht gut. Die kochen halt auch nur mit Wasser. Die haben ein, zwei gute Ideen, die, die dann auch gehypt werden, ähm, aber das war's und das ist, da muss man halt ein bisschen realistisch sein. Die machen, die nehmen die gleichen Teile, die andere auch sich zusammen löten und machen da ein bisschen Software drumherum, die halt besser funktioniert, als die Software, die andere Firmen drumherum basteln. Na, ich frag mich halt, warum ich, warum schon ewig kein Gerät mehr von Apple auf den Markt gekommen ist, wo ich dachte, boah, wie geil ist das denn, das muss ich unbedingt haben. Also auch das iPhone 7 hab ich irgendwie ein halbes Jahr nach Release gekauft. Uh, da kann man ja gar nicht mehr kaufen. Vielleicht waren's vier Monate. Also realistische zwei Monate, nachdem es zu kriegen war. Ja, ja. Aber trotzdem, also das ist halt, ne, es war auch nichts, wo ich dachte, boah, das ist geil, das muss ich sofort haben, als es vorgestellt wurde. Bei mir war's das iPhone 10, wo ich gedacht, boah, das musst du sofort haben, aber dann, ähm. Da hast du gedacht, ach nee, doch nicht, komm. Warum? Nicht, weil ich gerade, wann war das, dann bin ich, glaube ich, relativ viel gereist und wollte das Geld lieber für die Reisen ausgeben. Ja, so geht's mir auch. Ich geb das Geld lieber für andere Dinge aus. Ja. Aber, und halt, das liegt halt daran, dass die, dass das iPhone 6s, was ich hab, gut genug ist, ne? Das ist halt, ähm, das iPhone 10 ist halt schon sehr viel geiler als das 6s, aber das 6s ist halt gut genug und du hast die Telefone, die sind halt da angekommen, wo auch der Mac angekommen ist. Die kann man halt nicht mehr viel, viel besser machen. Ja, das stimmt. Und das, das iPad ist halt auch gut genug. Ja, 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 so, ja, so sieht's aus. Wahrscheinlich ist Apple einfach inzwischen grundlegend so gut geworden, dass es einfach keinen Grund gibt, ständig das Neueste davon zu wollen. Genau. Hm. Und das ist eigentlich, ist das ein gutes Zeichen. Irgendwie schon. Ist natürlich doof, ist natürlich doof für den, für den Aktienkurs von Apple vielleicht, aber der wird ja gestreikt ja auch immer, aber also für den Absatz, weil die halt dann weniger Leute wie uns haben, die die Geräte kaufen. Aber es gibt halt noch genug andere Leute, die halt auch Geräte kaufen und man sieht das ja in den Absatzzahlen, dass sie immer mehr verkaufen, auch als in den Vorjahren. Ähm, es ist halt, sind halt nicht Leute wie wir, die halt in den letzten Jahren jedes iPhone gekauft haben und jetzt auch anfangen, Geräte zu überspringen, weil, ähm, die halt gut genug sind, sondern die Leute kaufen halt ihre Geräte, wenn sie kaputt sind, sie kommen dann von, hatten halt vorher irgendwie, keine Ahnung, ein LG-Billig-Android und wollen dann irgendwann auch mal ein iPhone haben oder so. Ähm, ja, sehe ich ein. Das ist halt alles gut genug, was sie haben. Sehe ich ein. Natürlich wäre es schön, wenn Apple mal wieder irgendwie ein neues Gerät oder quasi eine neue Produktkategorie auf den Markt bringt. Ähm, aber was soll Apple denn machen? Also sie werden jetzt keine Drohne anfangen, weil Drohnen gibt es auch genug. Die werden, äh, ich wüsste... Aber das ist ja nicht das Problem, das machen sie alle naselang. Das iPad ist noch nicht so super alt und die Apple Watch ist auch nicht so super alt und das, äh, iPhone X haben sie auch als mehr oder minder neues Produkt verkauft. Ja. Was das letztlich nicht ist. Ja, auf jeden Fall keine neue Kategorie, ja. Ähm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher das, ähm, dass ich halt mit Apple-Produkten ausgestattet bin. Ich meine meine Tastatur, ne, das ist eine Bluetooth-Apple-Tastatur von, ich würde schätzen, 2012. Und die funktioniert hervorragend. Also... Ja. Geht halt. Ich sollte einfach mich... Ich sollte mich nicht beschweren so, sondern ich sollte glücklich sein, dass das alles so gut funktioniert. Das ist eigentlich meine Lehre gerade aus diesem Gespräch. Vielen Dank, Volker. Bitteschön. Es war sehr, sehr zen-tauglich. Gut, dann können wir mal zu anderen Sachen kommen. Ja, lass uns über alles Zeug reden, bitte. Was nicht funktioniert, ist irgendwie alte Nintendo-Spiele auf der Switch, habe ich mir sagen lassen. Ähm, es wurde bekannt, dass erstmal, ähm, keine Virtual Console auf die Switch kommen soll. Naja, du bist ja ein großer Fan der Virtual Console auf der Wii U gewesen, ne? Nicht nur gewesen. Ich bin ja auch immer noch. Also die Virtual Console ist der Grund, warum ich mein 3DS und meine Wii U noch habe, weil ich dann nämlich Geld in Spiele investiert habe, die ich nur da habe. Also ich habe ja nicht wie du eine Wahnsinns-Spiele-Konsolen-Sammlung, sondern ich kann tatsächlich sämtliche Zelda-Titel, die bislang erschienen sind, auf meiner Wii U und meinem 3DS spielen. Gibt es die Virtual Console für die Wii U noch? Ja, die gibt's noch, da kannst du auch alles kaufen. Weil für die Wii gibt's die ja nicht mehr. Genau, für die Wii ist die vor acht Wochen oder so abgeschaltet worden. Genau, und ich wurde vor zwei Wochen von einem Bekannten gefragt, ähm, was denn die einfachste Möglichkeit ist, ähm, so ein lustiges Multiplayer-Spiel wie Mario Kart zu spielen, ne? Eine Wii wäre vorhanden, kann man sich nicht Mario Kart 64 für die Wii holen? Ja, paar Wochen zu spät, gibt's nicht mehr, abgeschaltet. Ja, aber da hättest du halt, ja, du hättest halt auch die ganzen Controller haben müssen. Also die einfachste Variante ist tatsächlich immer noch nicht, sich eine Wii U zu kaufen, die auch noch relativ günstig zu haben ist, die auch wahnsinnig viele gute Exklusiv-Titel hat und eine Virtual Console. Und da dann einfach seine Wii-Spiele-Controller anzuschließen, wie ich das auch gemacht hab, und, ähm, damit eben glücklich zu werden. Äh, ist halt keine Switch, aber das macht halt auch erstmal nix. Genau, also Nintendo hat jetzt angekündigt so ein paar Details zu seinem Online-Service, der im September starten soll. Erst im September 2017, dann irgendwie Anfang 2018 und jetzt September 2018 wohl nun tatsächlich. Aber es gibt ja schon Online-Spiele, also sowas wie Splatoon spiele ich ja schon online. Ja, ja, genau, und das ist halt noch kostenlos, das haben sie schon immer gesagt, dass das noch kostenlos ist und dann Geld kosten wird. Ja, aber, ja. Aber das ist halt alles. Also es gibt halt den eShop und es gibt die Möglichkeit, so ein paar Spiele wie Mario Kart und, äh, Pocken und, äh, und Splatoon online zu spielen. Und das wird dann wahrscheinlich auch kostenpflichtig werden. Und diese Kostenpflichtigkeit, die sind 20 Euro-Dollar pro Jahr, pro Spieler. Es gibt einen Familienaccount, das heißt, du kannst irgendwie 35 Euro-Dollar-Jahr-Spieler-Familie bezahlen. Also für acht Leute dann. Und das ist im Vergleich zu den, zu den, äh, Alternativen, die man im Konsolenmarkt momentan hat. Ich sag bestimmt, äh, bewusst nicht Konkurrenz, nämlich PlayStation 4 und Xbox, wie immer sie gerade heißt, ähm, ist es erheblich günstiger. Da zahlt sie nämlich irgendwie acht Euro, sieben, acht Euro pro Monat und bei Nintendo dann eben drei, dreieinhalb. Also 50 Euro im Jahr bezahlst du bei, bei PlayStation, wenn du, äh, nicht dieses normale Abo, sondern irgendwie zum guten Deal, das kaufst du ungefähr 50 Euro im Jahr. Genau, und bei Nintendo wirst du wahrscheinlich keine guten Deals kriegen und dann sind es halt die 20 Euro alleine oder eben 35 für eine Familie oder für Leute, die sagen, sie sind eine Familie. Ja. Und damit ist es erheblich billiger als der Rest. Und was Nintendo jetzt angekündigt hat, ist, dass es, ähm, erstmal keine Virtual Console geben wird. Ich denke, dass es bei diesem erstmal auch bleiben wird, weil die sich dann nämlich überlegt haben, dass sie ihre alten Titel anders vermarkten können. Und das machen ja jetzt manche Hersteller schon. Also es gibt jetzt von, ähm, es gibt, ich weiß nicht genau, welche, also Neo Geo zum Beispiel Spiele, die werden halt für sieben Dollar das Stück angeboten. Ähm, im eShop schon lange, da gibt's, weiß ich nicht, schon 50 Titel oder so. Äh, dann gibt's, ähm, demnächst so verschiedene Collections. Irgendwie hat Sega angekündigt, dass sie was machen wollen. Ähm, und ich glaube nicht, dass das, also ich glaube nicht, dass das, äh, das bedeutet, Nintendo hat ja gesagt, es gibt keine Virtual Console. Und ich glaube nicht, dass das heißt, dass es gar keine alten Spiele auf der Switch geben wird, sondern nur, dass sie sie anders vermarkten werden. Das wäre halt blöd, irgendwie so ein Super Mario 3, ähm, Super Mario Bros 3 nicht anzubieten für die, für die Switch. Ähm, ähm, und das ist tatsächlich einer der Titel, der jetzt angekündigt wurde. Sie machen für die Virtual Console, Quatsch, für die, für die Nintendo Online Service, ähm, machen sie, äh, gibt es NES-Spiele, die du im Abo, im bezahlten Abo spielen kannst. Die dir dann nicht gehören, aber so, so Netflix-artig. Und da haben sie momentan angekündigt, dass es zehn Titel geben wird, unter anderem Super Mario Bros 3. Und diese Titel, die sollen, es ist nicht ganz klar, ob alle oder nur manche, eine Online-Funktionalität erhalten, die sie bislang noch nie hatten. Also kannst du das NES, ähm, Tetris zu zweit über, ähm, Online spielen? So klingt es. Und das wäre natürlich ein Feature, ähm, wenn es das gibt, dann brauche ich keine Virtual Console, weil das einfach total geil wäre. Oder so Titel wie Tetris online zu spielen, NES-Spiele oder ein Ice Climbers oder ein, gut, das ist jetzt kein... Dr. Mario. Dr. Mario online zu spielen oder lass es auch später mal irgendwie neuere Spiele werden, Street Fighter, ähm, Battletoads, äh, was weiß ich was, so Super Nintendo-Spiele. Und da haben sie natürlich jetzt die Möglichkeit über die, über die, diesen Online-Service alle Nasen lang irgendwas Neues reinzuschmeißen für die bestehenden Kunden, ähm, was sie dann bei der Stange hält. Weiß ich aber auch noch, so richtig ist dieser Online-Service aber auch nicht durchdacht, ne, weil so zum Beispiel, wenn du dann miteinander chatten möchtest, musst du wieder so eine komische Smartphone-App haben. Dr. Mario. Das ist super Grütze, ja. Sehe ich, verstehe ich auch nicht wieso. Ich verstehe auch nicht wieso, die nicht einfach Bluetooth-Headsets an der Switch erlauben, was technisch auch machbar wäre, weil Bluetooth drin ist. Aber, was soll's, Nintendo hat da seine eigenen Ideen von cool. Dr. Mario. Man weiß jetzt nicht, was das soll. Dr. Mario. Man weiß es nicht. Ja, also der, der Online-Service hat jetzt neue Details und jetzt kommt im September, kostet 20 Euro-Dollar pro Jahr oder dreieinhalb pro Monat. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich es pro Monat jemals bezahlen werde, sondern direkt für ein Jahr kaufen und dann ist gut. Also mach ich das bei der Playstation auch, da kaufe ich immer, immer wenn das abläuft, hole ich mir irgendwie im Deal so ein günstiges Paket und dann hab ich wieder für ein Jahr. Ja, genau. Und das war das. Ansonsten ist Nintendo ja ziemlich gut da drin, alte Titel zu recyceln, um sie auf die Switch zu portieren. Da haben sie jetzt gerade vorgestern, nee, warte, wann nehmen wir auf? Samstag? Gestern ist Hyrule Warriors auf die Switch geportet worden. Ein Titel, der mich wirklich reizt, weil das so ein Muso-Spiel ist. Genauso wie das Fire Emblem Warriors, was ich dir in der Level-Complete-Challenge gegeben habe zu spielen. Mhm. Nur mit Zelda-Charakteren. Und das ist schon ein ganz witziges Spiel. Ich hab das auf dem 3DS und es ist witzig genug. Ähm, und davor haben sie rausgebracht das möglicherweise allerbeste Donkey Kong Country-Spiel, nämlich Tropical Freeze für die Switch. Hast du das gespielt? Äh, nein. Ich hab die anderen Donkey Kong Country-Spiele gespielt und, äh, ich spiel das, ähm, das Vorgänger, Donkey Kong, wie heißt das? Tropical Island Returns. Genau, das spiel ich auf dem 3DS immer noch so ein bisschen. Okay. Ähm, das soll schon sehr gut sein, das hab ich nie gespielt, Returns, tatsächlich. Ich, also, nie gespielt stimmt nicht. Ich hab das auf der Wii ganz kurz angespielt, dann bemerkt, dass es eine Bewegungssteuerung hat. Man muss irgendwie die Wii-Mode schütteln, um den Rollen zu lassen und dann hab ich sofort aus der Hand gelegt und nie wieder angefasst. Ähm, das hat jetzt Tropical Freeze nicht. Tropical Freeze hat dafür den Original-Composer David Wise, hat fantastische Welten mit fantastischen, sehr, sehr abwechslungsreichen Leveln, wo alles dynamisch, organisch, plausibel wirkt. Das heißt, es gibt nicht so wie bei Mario irgendwelche freischwebenden Plattformen, sondern die sind über den Hintergrund irgendwo dran fest. Also entweder hängen sie an Seilen oder, ähm, es gibt irgendwelche Gründe, warum sie, also es wird immer erklärt, warum diese Plattformen in der Luft schweben. Im Grunde ist es natürlich nur ein Jump-and-Run-Plattformer, aber, ähm, sehr plausibel. Die Level sind super abwechslungsreich, deswegen, weil die immer mehrere Gimmicks haben. Also, ähm, weil Super Mario spielen, Jump-and-Runs, 2D-Jump-and-Runs ist es ja so, dass die irgendwie ein Gimmick haben und das wird dann, äh, also, was weiß ich, es gibt irgendwie fliegende Kanonenkugeln oder so und das wird dann das ganze Level lang durchgezogen und dann, dann ist das Level halt auch durch nach zweieinhalb, drei Minuten. Und bei Donkey Kong Country gibt's das im Grunde auch. Da gibt's dann ein Gimmick, ähm, und dann gibt's aber im selben Level noch ein Gimmick und möglicherweise noch ein drittes Gimmick. Und die werden dann, äh, geremixed und verschieden kombiniert. Also, es gibt zum Beispiel, ähm, was fällt mir denn gerade für ein Beispiel ein? Ähm, es gibt zum Beispiel fliegende Blätter, die einfach vom Himmel runterfallen, weil es irgendwie so ein Schwarzwald-Level ist. Dann gibt's, ähm, so Hörner, die Luft pusten von unten und dann gibt's eben die Kombination von diesen, also die, die, von diesen Hörnern und den Blättern. Und, ähm, das macht schon zwei Gimmicks, die dann eben kombiniert werden zu einem dritten und das macht halt die Level sehr, sehr abwechslungsreich und aber auch sehr lang. Also, es gibt, äh, durchaus Level, da spielst du ohne zu sterben zehn Minuten dran. Mhm. Und, ähm, sie sind alle sehr abwechslungsreich, nicht nur in sich, sondern auch in ihrer Welt und die Welten sind auch nochmal abwechslungsreich. Also, kein Level ist wie das andere. Du siehst ein Screenshot von irgendeinem Level und weißt sofort, in welchem Level du bist, wenn du's kennst. Das ist völlig anders als bei Mario, weil bei Mario sieht halt alles mehr oder minder gleich aus. Da erkennst du vielleicht an manchen Blöcken irgendwie, dass du in diesem oder jenem Level bist, aber an den Hintergründen nicht. Die sehen in den, äh, Dungeon-Levels alle gleich aus, in den Geister-Levels alle gleich aus und, ähm, also da kann sich Mario echt eine Scheibe von abschneiden, was das angeht. Ähm, und bei Donkey Kong Country ist das halt alles extrem gut. Also, ich hab das Spiel zum Vollpreis jetzt für die Switch gekauft, ich hab das für die Wii U nicht gespielt gehabt und innerhalb von vier Tagen oder so durchgehabt. Und jetzt bin ich gerade dabei, die ganzen, die ganzen, ähm, Puzzleteile einzusammeln und die ganzen Kong-Buchstaben und so. Ähm, lohnt sich extrem, das Spiel. Wie lange reine Spielzeit war das, die du gespielt hast? Ähm, ich würde schätzen so acht bis zehn Stunden. Okay. Für, für jetzt einmal durchspielen. Also, ich hab ein bisschen gehadert, weil dieses, ähm, diese Switch-Version von dem Spiel, die hat halt den Funky-Modus. Und in dem Funky-Modus kannst du auch Donkey Kong spielen, was dann letztlich auch der Weg ist, wie ich ihn gegangen bin. Ähm, oder du kannst aber auch Funky Kong spielen. Und Funky Kong spielt sich, ähm, völlig anders. Und der kann so surfen und so, ne? Ich find ihn komplett bescheuert, den Typ. Und, also, ich mochte ihn ganz gerne eigentlich vorher. Und jetzt find ich ihn nicht mehr so cool, weil der einfach, ähm, der spielt sich anders, ist, äh, ist halt ein Einzelgänger. Als Donkey Kong hast du halt Unterstützung von Dixie, Diddy oder Cranky. Und als Funky bist du halt Funky. Und du kannst alles alleine und du bist extrem cool, weil du hast halt ein Surfbrett dabei und so. Und es ist einfach total cool. Und, äh, du verlierst in dem Moment, wo du hoverst mit deinem Surfbrett, in der Luft, wie das gehen muss, muss mir auch nochmal jemand erklären, physikalisch. Ähm, da verlierst du sämtliche Seitwärtsbewegung. Und das hat mich mehrere Mal das Leben gekostet, weil es einfach, ähm, eigenartig ist. Mhm. Und da spielt man halt lieber mit Donkey Kong und Dixie. Weil Dixie nämlich mit ihren Haaren sich nicht nur, ähm, so ein bisschen seitwärts bewegen kann. Also Donkey Kong beim Sprung länger in die Luft halten, sondern auch noch so ein Stück nach oben bewegen. Und, äh, das macht einfach das ganze Spiel erheblich simpler und spielbarer. Und so ist es halt auch gedacht gewesen. Also, Funky Kong nein. Äh, Donkey Kong ja. So. Mein Fazit. Spiel fantastisch. Ich hab die 50 Euro, die ich bezahlt habe, nicht bereut. Ja, der Kauf steht bei mir noch bevor. Das wird bestimmt billiger werden, weil das ist einfach, ähm... Nein, glaub ich nicht. Nintendo-Spiele werden ja normalerweise nicht billiger. Ja, aber... Wen, nur wenig. Also das Donkey Kong Country für die, für die Wii U, das ist halt auch irgendwann in die, in die Silber-Edition gegangen. Aber das dauert ein paar Jahre. Naja, gut, wie, wie lange musst du es, also, wie früh musst du es denn spielen? Wie, also, wie bald musst du es denn spielen? Also, wenn du warten kannst, warte. Ich muss es gar nicht spielen. Ne, dann warte. Ansonsten bin ich dabei, ähm, Skyrim zu spielen. Ich hab nämlich einen ganz witzigen Umstand. Ich hab zwei Kollegen. Einer von denen hat früher eine Weile lang Skyrim gespielt. Und hat dann irgendwann aufgehört, weil er, weil er noch anderes zu spielen hatte. Bevor er den Story-Modus durchgespielt hat. Und ein anderer hat sich jetzt gerade eine PS4 gekauft, um seinen 4K-Fernseher auszunutzen. Und dazu auch Skyrim. Und jetzt spielen wir alle drei irgendwie Skyrim und erzählen uns immer gegenseitig unseren Fortschritt. Und das ist schon eine ganz witzige Geschichte. Aber alle auf unterschiedlichen Konsolen, oder? Genau, alle auf unterschiedlichen Konsolen. Der erste Kollege spielt es auf der PS3 oder auf dem PC. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke eher auf dem PC. Ich halt auf der Switch. Und der andere eben auch der PS4. Und das Spiel ist aber in jedem Fall irgendwie gleich. Es sind halt alle Addons drin. Und es ist halt die mehr oder minder die Special Edition. Und das macht einfach Spaß. Und du kannst bekloppte Sachen machen. Und Kampfstile vergleichen. Und irgendwo Dinge entdecken. Und die gegenseitig erzählen. Das ist immer ein schönes Erlebnis, schönes Erlebnis, wenn man irgendwas, was eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist, mit anderen parallel spielt und sich dann darüber austauschen kann. Und deswegen macht mir Skyrim gerade viel Spaß. Skyrim habe ich auf der PS3 mal angespielt. Auch schon lange her. Hast du aber nicht lange gespielt, nehme ich an. Nee, das ist nicht so mein Spiel. Das ist halt ein Rollenspiel. Du kannst halt wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, einfach irgendwo in der Bibliothek zu gehen und Bücher zu lesen. Ich habe selber, ich habe hier richtige Bücher, die ich noch lesen muss. Ich wollte es nicht in dem Spiel machen. Okay. Und dann habe ich jetzt gerade angespielt mit Kollegen auch. Overcooked Special Edition. Das ist das, was bei mir in der Küche mal passiert. Übergekocht, ja. Nein, das ist ein Spiel, von dem ich vorher schon wusste, dass es sehr witzig sein soll und dass es ein guter Local-Multiplayer-Titel sein soll. Und siehe, es stimmt. Also das Spiel kostet 20 Euro im E-Shop und der Sinn des Spiels ist, wir waren halt direkt zu viert und konnten das dann zu viert spielen, dass vier Köche in einer Küche alles machen müssen, was da an Aufgaben so kommt. Also du hast halt die Aufgabe, aus irgendeinem Behälter die rohen Zutaten zu holen, dann müssen die geschnitten werden, dann müssen mehrere davon, also zum Beispiel drei Zwiebeln, in einen Topf getan werden. Drei geschnittene Zwiebeln. Die müssen dann eine Weile kochen. Dann sind sie fertig, dann müssen sie auf einen Teller gefüllt werden. Dann muss der Teller zu den Gästen gebracht werden. Und wenn er dann wiederkommt, ist er dreckig und muss abgewaschen werden. So, das sind die Aufgaben. Das klingt total banal, aber es induziert unfassbar Stress. Du hast vier Minuten ungefähr pro Level. Also in einem Level, von dem ich es jetzt weiß, waren es vier Minuten. Und wir waren vier Köche und wir mussten halt so und so viele Gerichte produzieren. Denn du rennst dir ständig über den Weg. Du verpasst Dinge. Also du kriegst nicht mit, dass da dreckige Teller stehen. Die Wünsche der Gäste, die übersiehst du manchmal. Ab und zu vergisst du halt das Essen auf dem Herd. Dann fängt es an zu brennen. Dann musst du mit dem Feuerlöscher das ausmachen. Und es macht super viel Stress, aber auch Spaß in diesen vier Minuten Zeit. Also das ist ein Spiel, was ich uneingeschränkt für Leute empfehlen würde, die zusammen vor der Konsole sitzen. So, wir haben halt mit drei Kollegen, die wir relativ viel zu tun hatten, miteinander zu tun hatten, haben wir das gespielt. Und da war einer bei, mit dem wir normalerweise nicht viel zu tun haben, weil er Admin ist und wir Programmierer. Und auch das hat total super funktioniert. Also da lernst du halt Leute auch bei kennen. Also nicht nur, weil sie wahnsinnig flochen und Dinge von sich gehen, die sie möglicherweise normalerweise an so einem ruhigen Arbeitsplatz auch nie machen. Sondern auch, weil du dich einfach koordinieren musst in einem Team, was vorher nicht zusammenarbeiten musste. Also du musst halt sagen, okay, du bist derjenige, der schneidet. Du bist derjenige, der darauf guckt, welche Gerichte kommen und dann die Produkte hinlegst, die Zutaten. Du bist derjenige, der kocht. Und du bist derjenige, der kümmert sich um die Teller, die zu den Gästen zu bringen und abzuwaschen hinterher. Und das ist fesselnd. Es ist fesselnd. Also es ist halt auch stressig. Wir konnten das nicht länger spielen, als ich glaube, eine gute Stunde. Aber in dieser Stunde hatten wir sehr viel Spaß. Es ist uneingeschränkt zu empfehlen. Also ich würde es einfach empfehlen, das im nächsten Sale einfach mal zu kaufen und dann bei der danach nächsten Party einfach mal auf den Tisch zu schmeißen und zu gucken, was die Leute daraus machen. Für mich hört sich das halt überhaupt nicht nach dem Spiel an, sondern nach Arbeit. Es ist, nee, es ist keine Arbeit. Es ist keine Arbeit. Es ist wirklich witzig. Okay, ich weiß nicht. Das ist für mich, ich habe keine Ahnung, wenn ich Koch sein möchte. Man kann das mal zu zweispielen, wir können das mal machen und dann werden wir sehen. Wenn ich Koch sein möchte, dann mache ich eine Kochausbildung. Das hat ja mit Kochen nichts zu tun. Also wenn du drei Zwiebeln in den Topf schmeißt und dabei kommt deine Zwiebelsuppe raus, dann weißt du Bescheid. Ich habe mich ja dieses Kochen bei Zelda schon so genervt. Weil das Film war für mich auch Arbeit. Na, okay. Dann ist das vielleicht, vielleicht spielen wir das einfach mal zusammen. Ja, gut. Gucken wir mal. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe mir was bestellt, was mich, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr fesseln wird. Okay. Und zwar habe ich mir die Street Fighter Anniversary Collection geordert für die Switch. Das ist eine Sammlung von 20, 15, 12 Street Fighter Spielen. Und zwar von Street Fighter 1 bis Street Fighter 3. Genau. Und davon sind irgendwie nur sechs Teile Street Fighter 2. Genau. Also die sind alle möglichen verschiedenen Street Fighter 2 Varianten, die tatsächlich sich auch unterschiedlich spielen. Also von dem ersten zur Champions Edition Hyper Fighting, was ja deutlich schneller war. Super Street Fighter 2 Turbo war dann auch nochmal wieder schneller. Ich weiß es nicht mehr genau. Es gab Street Fighter 2, dann gab es Street Fighter 2 Championship Edition, dann gab es Street Fighter 2. Dann gab es, ja stimmt, dann gab es Super Street Fighter 2, dann gab es Street Fighter 2 Challengers. Nee, erst gab es Turbo, dann gab es Super und dann gab es Super Turbo. Nee, es gab, nein, es gab, es gab erst Street Fighter 2, the New Challengers. Das war das erste Street Fighter. Nein, das war nicht das erste Street Fighter 2. Das erste Street Fighter 2, die New Challengers 2. Ist ja auch egal. Dann gab es die Combat Edition, die hat ein paar Moves geändert. Dann gab es die New Challengers. Nee, ich glaube, es gab vorher erst eine Turbo Edition, dann die New Challengers und dann gab es die New Challengers auch noch mit der Turbo Edition kombiniert. Das waren, glaube ich, fünf Versionen oder so. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es Super Street Fighter, Super Street Fighter waren die New Challengers. Egal. Dann hier die ganzen Street Fighter Alpha Sachen, Alpha 2, Alpha 3, Second Strike, nee, Third Strike. Alpha Romeo. Street Fighter 3, Side Strike heißt es genau. Also ganz, ganz viele verschiedene Street Fighter Versionen. werden halt Street Fighter 4 und Street Fighter 5 fehlen in der Liste und auch die ganzen Marvel vs. Capcom und Street Fighter vs. SNK. Tekken und Street Fighter vs. SNK. Die fehlen dann natürlich in der Reihe leider. Aber ich glaube, das wird trotzdem ganz lustig und zwar auch halt, also die meisten Spiele davon habe ich. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Versionen von Street Fighter 2. Ich habe auch kein Street Fighter 1, aber ich habe die Alpha-Spiele habe ich für die Dreamcast, Street Fighter 3 habe ich für die Dreamcast. Aber ich finde es halt ganz cool, wenn man die dann auf der Switch noch dabei haben kann. Finde ich auch gut. Ja, da freue ich mich dros. Kommt jetzt nächste Woche? Ja. Nächste Woche schon? Oha. Also ja, jetzt kommenden Freitag kommt es raus. Dann muss ich ja nach Deals Ausschau halten. Ja, das hat mich, das Ganze hat mich auch so ein bisschen wieder zum Street Fighter 5 Spielen gebracht und da habe ich mal wieder ein bisschen online gespielt und gemerkt, wie schlecht ich doch bin. Tatsächlich so in meinem Freundeskreis bin ich ja so einer der Besten, aber da sind auch weniger Hardcore-Spieler dabei. Ja. Aber sobald man online ist, also da habe ich keine Chance, da ist ein bisschen peinlich. Und jetzt bin ich dabei, so ein bisschen zu üben. Was ist denn, wenn du vorbestellst, hast du da eine bestimmte Präferenz, nach der du vorbestellst? Also nicht nur, nehmen wir mal an, du hast dich entschieden, irgendein bestimmtes Spiel zu kaufen zum Release. Wo bestellst du das dann? Warum vor? Amazon. Immer? Warum? Weil es hergeliefert wird, bis in die Post die allungste abholen kann. Und du gehst nicht nach dem Preis? Nee, ich gehe nach Amazon. Zu Amazon. Das ist enttäuscht. Wieso? Naja, weil es sinnvoll wäre, nach dem Preis zu gehen, oder? Ja, es ist mir aber tatsächlich, wenn ich da eine halbe Stunde investieren muss, um rauszuwinden, wo der billigste Preis ist und mich dann in irgendeinem Shop anmelden muss, den ich nicht kenne und dann kommt das Spiel irgendwie drei Tage später und ich will es zum Release haben und der Release ist am Wochenende und dann kriege ich das erst am Montag und komme dann die ganze Woche nicht dran zum Spielen. Nee, dann mache ich das lieber gleich bei Amazon. Ja. Dann weiß ich, was ich habe. Sehe ich ein. Das ist alles, finde ich, finde ich viel, viel einfacher mit Amazon. Ist natürlich auch doof, man sollte Amazon nicht unbedingt unterstützen, weil die Arbeitsbedingungen und sowas sind da nicht so gut, aber das ist halt immer noch der Laden mit dem besten Service. Das stimmt wohl, ja. Wobei, kann ich jetzt gerade mal erzählen, Laden mit einem super Service ist auch Nintendo selber. Ich hatte nämlich den, die, um, Super Mario Edition der Switch, ja, gekauft mit den roten Joy-Cons und davon ist der rechte Joy-Con, der hat quasi seinen Pinükel verloren, der ihn an der Switch hält. Das heißt, ich konnte den abmachen, ohne diesen Knopf hinten zu drücken. Und das ist halt beim Hand-Modus-Spielen voll nervig, wenn du plötzlich den Joy-Con in der Hand hast und die Switch sagt, äh, schließe mal den Controller an hier, du Depp. Und mit der linken Hand dann die Controller und die Konsole hältst. Und dann habe ich den einfach zu Nintendo geschickt und das hat, ich glaube, fünf Tage gedauert, fünf Werktage und dann war der wieder bei mir und repariert. Also, war überhaupt kein Problem, ging schnell, ohne irgendwelche Nachfragen haben die den repariert, fertig. Hatten sie wahrscheinlich schon ein paar Mal, ähm, bestimmt, bestimmt. Das ist wahrscheinlich kein singuläres Problem, also. Ja. Aber so wünsche ich mir Customer Service, also, keinerlei große Konversation, wie ist denn das passiert und warum und so und hier und muss das denn wirklich sein und willst du nicht? Nö, einfach gemacht, fertig, gut. Ja. Schönes, schönes Erlebnis. Ja, soviel zu diesem Teil. Jo. Ähm, ich hab außerdem ein Spiel vorbestellt, was ich noch nie gespielt habe in der Special Edition, weil sie gerade vorgestellt war. Sie ist auf 6.000 Stück ähm, limitiert und deswegen glaube ich, ist es total cool, sie zu haben und zwar von Owlboy. Hast du von Owlboy schon mal gehört? Nein. Das ist ein Spiel, das kam glaube ich 2015, 16 auf den Markt, war ungefähr neun Jahre in der Entwicklung, hat so einen Retro-Look, als würde es direkt vom Super Nintendo stammen und ähm, hat nur gute Kritiken gekriegt, auch auf meiner Redaktions, äh, NMAC-Seite von einem Kollegen von mir, ähm, der die Switch-Version schon gespielt hat und da gibt's halt jetzt die Collectors Edition und die ist angekündigt worden, bei Amazon konnte man die vorbestellen, ich hab sofort auf vorbestellen geklickt und sie ist instantan direkt ausverkauft gewesen und ich rechne damit, dass es, ähm, zum einen eine schöne Edition wird, weil die wirklich für die 70 Euro, die das kostet, extrem viel Kram reinschmeißen, also die haben eine schicke Hülle, ein Spiel, ein Soundtrack, ein Pin, noch ein Pin, äh, irgendwelche Sticker und was weiß ich was noch dabei, ein Notizbuch und ein Making-of-Buch und irgendwie sowas. Ähm, und ich glaube, dass das Spiel das einfach wert ist, die, ähm, das scheint mir ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein und ich bin halt einfach nicht dazugekommen, bislang das irgendwie zu spielen oder anzugucken. Aber Collectors Editions reizen mich auch nach wie vor, auch wenn ich eigentlich weniger Kram besitzen will, aber, äh, das finde ich da schon irgendwie reizvoll und, ähm, deswegen hab ich mir gedacht, ach komm, bestell es dir mal vor. Aber, ähm, ja, ich hab von diesem Spiel noch nie was gehört und ich würde halt so von Spielen, von denen ich nichts kenne, würde ich auch keine Collectors Edition glaube. Ich auch nicht, ich auch nicht, aber ich hab halt schon extrem viel Gutes von diesem Spiel gehört. Also zum einen hab ich einen Kollegen gehabt, der das, äh, der das gespielt hat und gut fand und, äh, ich hab eben dieses, dieses Testmuster und den, ähm, Bericht von, vom M-Mac mitgekriegt und, ähm, ja, es ist so ein Pixel-Style Jump'n'Run. Ja, ich sag dir das. Äh, nee, Super Nintendo. Jaja, ich guck mir gerade die Grafiken an, äh, bei, bei Amazon, ähm, bei, auf dem Link. Und das sieht halt auch, in zehn Jahren sieht das auch immer noch sehr gut aus, weil das einfach jetzt auch schon veraltet ausmacht. Genau, das sieht jetzt schon aus wie vor 20 Jahren, aber das gefällt mir ja sehr gut. Und das kann man auch einfach so kaufen im E-Shop oder man kann es, glaube ich, auch in der Normal-Version kaufen dann, dem Datum, wenn es kommt. Für 30 Euro. Ähm, und es gibt eben diese, diese Collectors Edition, wo der Soundtrack war ist und so und da. Die ist aber schon ausverkauft bei Amazon. Genau, die ist ausverkauft und ich hab halt ein Exemplar mir gesichert. Ja. Kostete 70 Euro vor Bestellung, also zwei Euro weniger, aber so ein typisch. Mhm. Ja, freu ich mich drauf. Ja, muss ich mir mal angucken bei dir und dann würde ich mir vielleicht die normale Version, ähm, holen, aber. Bist du lieber so ein Cartridge-Käufer als so ein Dix? Ich bin, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du schon mal von The Rare Collection gehört? Die, die Rare Replay Collection, die ich habe? Nein, 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 das ist eine, eine Firma, die macht, äh, physikalische Versionen von eShop-Spielen. Mhm. und die haben halt so alle anderthalb Monate stellen die neues vor, Spiel vor, sagen, wir produzieren da 5000 Stück von, du kannst es jetzt vorbestellen, kriegst es dann in zwei Monaten, wenn wir mit der Produktion durchgehen sind. Und, wie heißt die, wie heißt die Firma? The Rare Collection oder so. Wenn ich dann nach Google, dann finde ich nur Rare Replay Collection. Rare. Das wäre, ja. Äh, nee, heißt vielleicht nicht Rare, Super Rare Games heißen die, glaube ich. Okay, okay. Warte mal. Ja, Super Rare Games gibt es auf jeden Fall. Genau. Und die machen halt Retail-Versionen von eigentlichen eShop-Titeln, zum Beispiel The Flame in the Flood. Oder, was weiß ich, also deren, deren Steckenpferde sind irgendwie PS4 und Switch. So, das sind die beiden, die beiden Sachen, wo sie Kram von machen. Und, ähm, das wäre vielleicht was für dich, weil die machen halt. Previous releases, there is nothing. Hä? Nee, das ist Quatsch. Human, ja, da steht selber. Aber nee, zwei Spiele haben sie offentlich rausgebracht. Human, Fall Flat und The Flame in the Flood. Nee, dann meine ich, ich meine Limited Run Games. So heißen die. Okay. Und die haben nämlich schon extrem viele Spiele auf den Markt gebracht. Viele davon für die PS4. Ja, aber auch einige für Switch. Und, ähm, da gibt's halt Anlassagenspiele, die es normalerweise nur im eShop gibt, jetzt auch für, für Retail. Das ist natürlich cool, weil mein Problem halt mit diesen eShop-Spielen ist, dann passiert sowas wie, dann wird auf einmal der, der, der Online-Shop ausgestaltet, ähm, bei, bei der Wii und dann sind die ganzen Spiele weg. Dann geht eine Wii kaputt und dann sind die Spiele hinüber. Genau. Und das finde ich halt super bekloppt. Ja. Und deswegen kaufe ich meine Spiele auf Cartridge. Und ich finde das halt auch schon bekloppt bei der Rare Replay Collection. Ich hab extra die, die, die DVD gekauft für die Xbox. Ja. Ähm, stellt sich heraus, dass Spiele davon auch nur runtergeladen werden zum Teil. Äh, deswegen war ich da halt sehr enttäuscht. Ähm, ja. Ja. Na, dann ist das wahrscheinlich, äh, eher was für dich. Also die stellen halt also naselang neues Zeug vor, was sie dann rausbringen. Und das ist dann in der, in der Collectors Edition, die sie hier jetzt mal rausbringen, auch ziemlich schnell ausverkauft und in der normalen dann ein bisschen später. Mhm. Ähm, coole Sache. Aber ich hab auch genug Spiele, die ich noch spielen muss. Also ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt kaufen würde. Ja, es gibt halt extrem viele gute E-Shop-Titel, die dann eben auch mal solche, solche Editionen erfahren und die kannst du dir dann eben auch kaufen und sicher sein, dass du sie hinterher noch hast. Ja. Also wie jetzt auch im Grunde bei Oh Boy auch. Also das war halt auch ein E-Shop-Spiel und da haben sie sich dann irgendwann selber gedacht, komm, wir machen das mal irgendwie als Retail. Muss man halt erstmal wissen, ob das Spiel gut ist. Ja. Das ist natürlich schwierig für dich, wenn du die nie im E-Shop kaufst und spielst. Ja, genau. Also was ich, was ich im E-Shop kaufe, sind die Spiele, die bei meinem Playstation Plus Abo dabei sind. Die lade ich halt runter ab und zu. Okay. Da empfehle ich dir so eine Seite wie zum Beispiel das NMAC, die haben extrem coole Reviews von, von extrem schlechten Spielen auch. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade wieder ein Testmuster gekriegt, das muss ich gar nicht groß erwähnen. Das heißt The Framed Collection. Das ist gerade erschienen und das scheint ein ziemlich gutes Spiel zu sein. Es gibt es auch auf sämtlichen Plattformen, iOS zum Beispiel, wo du im Grunde so eine Flucht verfolgst in Comic-Panelen und du musst diese Comic-Paneele neu anordnen, damit die Flucht klappt. Okay. Und, ähm, das funktioniert sehr gut. Ich habe die ersten, ich weiß nicht wie viel, Paneele da gespielt und das, ähm, macht einen sehr guten Eindruck. Gut, das nur kurz erwähnt. Außerdem war ich im Kino. Oh, was hast du gesehen? Ich habe Marvel's The Avengers Infinity Cliffhanger gesehen. Okay. Das ist der Film, der Marvel's Avengers Film, also mit Thor und Hulk und Iron Man und Doctor Strange und Captain America und Black Widow und Scarecrow und Batman und okay. Nochmal Batman. Na gut, das ist Quatsch. Also, es kommen extrem viele Superhelden vor und ich fand ihn sehr, sehr gut. Batman ist DC, ja. Ja, Scarecrow auch. Ähm, bin ich drauf reingefallen. Ja, ich habe gedacht, du hörst vielleicht so. Ich höre dir zu. Wenn du so eine einfach auflistest, dann merkt man das ja immer nicht. Ähm, der Film ist, ähm, ziemlich gut. Also, was natürlich die, die Schwierigkeit ist bei so einem Film, der 18 Filme irgendwie vor sich hat, also nicht vor sich, sondern der, der quasi 18 Filme aufbaut. Ja, genau, das wollte ich sagen, vielen Dank. Ähm, von wem erzählt er die Geschichte? Und dieser Film hat sich einfach sehr clever überlegt, er erzählt die Geschichte vom Bösewicht. Der Bösewicht ist Thanos, der lila Typ mit dem dicken Kinn, den wir schon in wahnsinnig vielen Filmen angeteased bekommen haben. Also, bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel, da redet irgendwer mit dem, glaube ich, ähm, irgendwann steht Loki mal vor ihm und, ähm, ich glaube, in The Avengers war das und, äh, plant irgendwie mit dem, die, die, diese Viecher da auf die Erde zu schicken und alle Nasen ist irgendwie schon angekündigt worden und wir wussten, dass es darauf hinausläuft und dieser Film zeigt ihn halt tatsächlich mal als agierende Person und zwar im Grunde als Hauptperson des Films. Es wird zwar auch an vielen, vielen, vielen Stellen aus anderer Sicht beschrieben, was passiert, aber im Grunde ist er der Held des Films. Okay. Und die Leute, die wir als Helden kennengelernt haben, sind seine Widersacher, die er dann mehr oder minder alle ausschaltet. Also, ähm, ja, also es war halt klar, dass das irgendwie auf dem Gemetzel hinausläuft und einen großen Kampf gibt. Ich meine, der Film hat schon War im Titel und wer die Comics gelesen hat, hat auch ungefähr eine Ahnung, was passieren wird. Wer den Film inzwischen noch nicht gesehen hat, der hat selber Schuld. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist sehr sehenswert, deswegen, okay, ich spoil nicht, nichts, ähm, im Grunde, nur er ist er sehr sehenswert und es läuft halt auf den Riesenkrieg hinaus und, ähm, es überleben natürlich nicht alle Helden. So, und das wusste man im Grunde auch vorher schon. Nein. Weil es einfach 74 Helden gibt, weil die einfach in 18 Filmen irgendwie jeweils einen bis zwei Helden mit Sidekicks vorgestellt haben und die tauchen halt mehr oder minder alle in diesem Film auf und es überleben halt einfach nicht alle. Und, ähm, das muss man, das weiß man auch, wenn man diesen Film sich anguckt und die Vorgeschichte so ein bisschen kennt. Also, man sollte schon wissen, wer wer ist. Das macht der Film nicht, dass er nochmal erklärt, was passiert vorher. Aber der Film endet halt mehr oder minder auf einem Cliffhanger, der so gewaltig ist, dass man sich fragt, wie kann man sich jetzt eigentlich Ant-Man und the Wasp angucken oder den kommenden Captain Marvel-Film, ähm, wo in beiden Filmen nicht erklärt wird, wie es weitergeht. Also, ja, es ist schon, es ist schon, es war schon extrem neugierig und es hat so ein bisschen was von Serienfeeling, was ja diese Marvel-Filme irgendwie generiert haben, dass du das Gefühl hast, du guckst eigentlich in Serie, die nie endet, genau wie bei den Comics im Grunde auch, ähm, und bei Serien, ähm, und du denkst halt die ganze Zeit, ja, wie geht's denn jetzt weiter, was passiert denn jetzt nach dem Abspann für einen Teaser für den nächsten Marvel-Film, den ich natürlich selbstverständlich gucken muss, weil der irgendwas anderes erklärt. Ja. Und, ja, ähm, das macht dieser Film halt auch. Also, ich hab ihn sehr genossen. Ich war zum, zum ersten Mal seit langem wieder, seit Avengers 2, Age of Ultron, nämlich, ähm, mit Angela wieder im Kino, äh, was für uns immer einen logistischen Aufwand bedeutet, weil wir unsere Kinder dann abschieben müssen. Und, das hat aber funktioniert und wir haben ihn zusammen gesehen und Angela hat gesagt, ach komm, der war ein bisschen zu wirr, das nächste Mal gucken wir den dann im Heimkino und, äh, du guckst ihn allein im Kino, ähm, und wir haben diesen Aufwand nicht. Und, ich hab das Savoy-Kino extrem lieb gewonnen. Das war der zweite. Da gehen wir jetzt auch, da gehen wir Donnerstag ja auch wieder hin. Genau, das war der zweite Film, den ich im Savoy gesehen habe. Das ist halt so ein, so ein Original-Sprachen-Kino in Hamburg, was auch schon seit 74 Jahren oder so existiert. Und einfach so aussieht, wie ein Kino vor 74 Jahren aussehen musste. So, mit so einem schicken Kino-Foyer und, äh, es gibt einen Saal und, kannst Cocktails kriegen. Du kannst Cocktails kriegen, es ist irgendwie alles nett, so. Aber, man sollte, glaube ich, darauf hinweisen, dass die Leute, die das Kino nicht kennen, ähm, Bescheid wissen, ähm, die Sitze sind nicht von 74. Nein, 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 das Kino ist super modern, was das angeht. Aber es ist halt nicht wie so ein riesen Multiplex-Kino, wo irgendwie 18 Seele sind und, ähm, alles ist vollgeknallt mit, äh, Rittersport-Werbung. Wie viele Seele haben die nochmal? Ich will mal genau nachzählen. Warte mal, äh, einen, glaube ich. Ähm, warte, wenn man alle mit, mitrechnet, dann sind es, äh, einer. Ja. Ja. Das sagen wir uns jetzt verzählt, aber ich, ich bin mir da, glaube ich, ziemlich sicher. Nee. Moment, ich war schon, ich glaube, haben wir ja, wenn ein, glaube ich, noch da ist, nee, es ist ein, einer, ja, ja, einer. Genau. Und, äh, in all diesen Sälen läuft immer gleichzeitig derselbe Film, das ist total krass, wie sie das machen, weiß ich nicht. Ähm, und die Sitze sind super bequem, also es gibt halt mehr oder minder normale Sitze, quasi im Normalbereich, und in der Loge, in der ersten Reihe, gibt's so Liegesessel, und dahinter gibt's so Sessel mit, mit so Fußhockern davor, also du hast wahnsinnig Platz, und das ist extrem bequem, und nicht wahnsinnig teuer, also wir haben jetzt für die Loge, für Solo kommenden Donnerstag, haben wir 14 Euro bezahlt, was völlig okay ist, finde ich, für so einen Kinobesuch. Ähm, und jetzt rede ich gar nicht mehr über den Film, der eigentlich das Thema dieser, dieses Kapitels ist, sondern über das Savoy-Kino, was eigentlich auch total geil ist. Ja. Ja. Das ist auch eins meiner Lieblings, oder mein Lieblingskino in Hamburg, es gibt noch ein paar andere, die ich auch nett finde, es gibt hier in der Innenstadt, gibt's noch das Passage-Kino, das ist ganz, ganz nett, und bald macht hier bei mir hoffentlich ein Kino auf um die Ecke, ähm, Astor Film Lounge, die gehört irgendwie zu den Savoy, oder Savoy gehört auch irgendwie dazu, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Ja. Ja. Gut. Hast du noch was? Ansonsten, ähm, nicht mehr viel, nur, äh, Kleinigkeit, ich habe letztens, ähm, ich bin gerade dabei, so ein bisschen in die, äh, YouTuber-Ecke zu gehen, ich hab mir so einen Gimbal und so einen Scheiß gekauft. Nein, wirklich? Kann ich mal, kann ich, ja, kann ich ein anderes Mal von dir erzählen. Hast du einen Gimbal? Ja. So ein elektronisches Ding, was dein Telefon stabilisiert? Ja. Geil. Ja, das war, den, Osmo Mobile 2. Oh, da bin ich ein bisschen neidisch jetzt. Das war so ein Spontankauf. Ja, sehr geil, sehr geil. Okay. Auf jeden Fall. Erzähl weiter über das völlig unwichtige Thema, was du eigentlich ansprechen wolltest. Ähm, habe ich, fange ich jetzt gerade so ein bisschen an, YouTube-Videos zu machen. Wir machen ja auch schon unser, unser, äh, Level Complete, ähm, äh, YouTube-Video immer. Und jetzt, äh, habe ich ein YouTube-Video gemacht, wo ich, ähm, koreanische Nudeln esse. Das ist eine Sache, die, ähm, bei YouTube irgendwie sehr beliebt ist, ähm, die, die genau diese Art von Nudeln zu essen, weil das auch irgendwie die, ähm, schärfsten Rahmen sind, die man so kaufen kann. Ähm, und das ist sehr lustig. Ähm, man sieht, ist es so wie, äh, das Cinnamon-Challenge, wo einfach das Mädel irgendwie sich dabei filmt, wie sie sich so einen Esslöffel voller Zimt in den Mund steckt? Und dann stirbt sie dabei quasi? So ähnlich ist es, ja. Ähm, nur, dass es halt einfach nur scharfe Nudeln sind, die eigentlich sehr lecker sind, aber, ähm, halt auch irgendwann sehr scharf. Also, du machst dich total zum Affen, während du Nudeln isst. Genau. Das muss ich sehen. Wie heißt denn dein Channel? Verlinken wir im Blog. Channel hat keinen Namen. Holger Krupp, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie man das findet. Ja, tatsächlich habe ich keine Ahnung, wie man das findet, aber auf YouTube. Okay, wir verlinken das einfach. Wir verlinken das. Guckt es euch an, das ist bestimmt witzig. Muss ich mir noch einen Channel-Namen ausdenken? Holger beim Nudeln essen. Genau. Ja, ich habe ja auch schon überlegt, viele Male, ob ich nicht so ein YouTube-Channel starten sollte und, ähm, ich habe es bislang nicht gemacht. Ja. Ja. Man, ich meine, weiß ja auch nicht, was man da rauf machen soll, die ganze Zeit, ne? Ich würde halt über Videospiele reden, da hätte ich genug zu reden, weil ich rede sowieso über Videospiele, immer, bei allen. Das nervt schon alle. Ja. Ja, sorry. Weil, es gibt halt auch genug Videospiele-Channels schon. Das macht nichts. Die haben ja alle nicht mich. Okay, das ist eine sehr gute Einstellung. Also man könnte natürlich auch irgendwie so ein Gimmick sich dazu ausdenken, entweder eine Matrosenmütze aufsetzen oder ein dreiköpfiges Affenkostüm oder sich jedes Mal betrinken vorher und dann über Spiele reden. Aber im Grunde reicht es, glaube ich, auch, wenn man einfach über Spiele redet. Betrunken Spiele spielen, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich noch machen kann. Drunken Gaming gibt es garantiert. Ja. Okay, auf jeden Fall, das ist nicht mein Ziel des YouTube-Channels, den ich irgendwann nochmal starten möchte, vielleicht im Mitte des Jahres. Mal gucken. Wir sprechen dann in Mitte des Jahres nochmal über die gleiche Sache. Okay, dann könnt ihr unsere nächste Folge in der Mitte des Jahres... Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt. Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst. Am liebsten mit fünf Sternen, weil wenn fünf Sterne da sind, dann finden uns noch viel mehr Leute. Außerdem könntet ihr uns Nachrichten schicken über Twitter bei twitter.com slash dml unterstrich podcast. Genau. Und du bist unterstrich Holger bei Twitter. Und du bist Kurt Nager. C-O-D-E-N-A-G-A. Und außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendian.net slash dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left Lab runterladen. Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne darauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.